Moin plus Moin plus auch an dich Hallo Dave Ne warte Was soll ich warten Aloha Achso Oh ja Hallo 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 So viele da Um Dieses tragische Spiel zu erleben Hallo Dave Hallo Emel Hallo Angel Hallo Fabian Hallo Maurice Hallo Lurky Hallo Kühner Hallo Daniela Hallo Hannes Hallo Eski Hallo Mauri Hallo Zink Hallo Davide Das war Dave Warum ist das nicht auf der richtigen Höhe Hallo Sword of the Demon King Hallo Ferret Wie was Wo starten wir hier Na da wo wir letztes Mal aufgehört haben Soll ich wirklich das Tutorial nochmal durchmachen Hallo Isa Ich muss das Tutorial noch dreimal durchmachen Müssen wir das heute auch durchmachen Nein Angel hat 180 Streams hintereinander angeschaut Lasst euch das Auf den Augen zergehen So wie sie es sich auf den Augen zergehen hat lassen Immerhin aktuell nur noch die Ultradimensionen ertragen Ich krampfe wenn ich dieses Spiel sehe Hallo Isa Usum ist kein schlechtes Spiel Das werde ich Endlich selber bewerten können Ich habe es immer nur bewertet Weil ich Rosa dabei zugeschaut habe Und diesmal werde ich es selber spielen Und alle Dialoge wegklicken So schnell es geht Jetzt geht es los mit Gen 7 Die Grafik hast du auch wieder hochgeschraubt Ja Beziehungsweise es wird einfach hoch skaliert Also die Texturen sind alle Immer noch in 480p Das heißt hier und da gibt es natürlich hässliche Texturen Wie Wenn man hier zum Beispiel hingeht Okay es ist überall Der kleine Bildschirm ist wichtiger als der große Ne aber zum Beispiel hier Typ Pflanze, Typ Flug Das sind Texturen Die sind Oder auch Schrift Das ist krass Das in Gen 7 ist Schrift ein Bild Also Angriff, KP Selbst aktuelle Erfahrungspunkte Ist nicht geschrieben vom Spiel Sondern das sind Texturen die Das ist ein Bild Was echt krass ist eigentlich Aber ich glaube sowas wie Es ist alles Alles sind Bilder Und das was keine Bilder sind Also tatsächlich Grafik Wie zum Beispiel 3D Modelle Also alle 3D Modelle sind hoch skaliert Weil das vom Spiel selber ist Aber sobald es ein Bild ist Wie zum Beispiel Die Augen von Miltank wahrscheinlich Dann sieht es noch kacke aus Denn Leute haben zwar Custom Texturpacks gemacht Aber die machen das Ohne sich Arbeit zu machen Also die stecken da keine Arbeit rein Sondern sie lassen es einfach Von AI hoch skalieren Und das sieht Noch schlimmer aus Als jede Unschärfe Die man haben kann Wer sie Dankeschön für Ein Ja Ich habe dein Kommentar gesehen Unter meinem neuen YouTube Kanal Vielen vielen Dank dafür Und hallo Marco Hallo Candy Hallo Lurky Hawaii Hawaii Gen 7 ganz schwierig Also ich habe Usum auch offen Das ist schon ein krasser Unterschied Du hast gerade Usum offen Ja Klar es wird Ich kann es unendlich hoch skalieren Also selbst wenn ich ein 8K Bildschirm hätte Wäre es immer noch scharf Weil Der Emulator Die Vektoren Die Mathematik hoch skaliert Aber es kann natürlich nicht Schlecht aufgelöste Bilder hoch skalieren Usum nicht so schlecht Aber SM schon schlecht Immerhin spielst du Usum nicht 36 Mal durch Hey Nur du bist so verrückt Hallo Mariko Okay hier schnell Spirits Ey Du bist so ein komisches Gen 7 Ne Gen 8 Käfer Ding Das Äh Das Ein UFO wird Satellitmon Oder so Isa Du bist ein Ledian Ledian Kerada Da wäre ich nie drauf gekommen Sword of the Demon King Du bist ein Erknilz Warum macht jetzt alles Spirit Mariko Du bist ein Lothurzel Schau 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 Müssen wir wieder teurer machen So viel wie ihr euch das leisten könnt Ist ja unfassbar Anne Du bist ein Rotomorph Maury Du bist eine Pikulente Fabian Du bist ein Äh Äh Mobile Alles Papierverschwender hier Davide Du bist ein Fermicula Hallo Roter J Hannes Du bist ein Sonnenkern Hallo Janik Mach doch 1500 Für Spirit Pokémon Du weißt schon Warum die Zahl 1365 ist Ich kann nicht einfach 1500 machen Wo ist denn dann der Witz Was ist der Witz An der Zahl 1500 Erzähl mir einen Witz Mit der Zahl 1500 Lurki Du bist ein Milzer Okay warum fangen wir nicht von Anfang an Weil wir das schon gemacht haben Wir haben damals Als ich die Wuffels Mit Eventfähigkeit Verschenkt habe Haben wir extra bis zum Hort gespielt Die Watts sollten glaube ich auch Auf Leos Archiv sein Aber es ist sowieso Ich habe die ganze Zeit nur gesagt Fuck scheiß Textboxen Weg damit Weg damit Wie ich muss jetzt mit einem Mantagsdummen rumreiten Und bin einfach durchgerannt So schnell es geht Zum Hort Ich habe trotzdem Im Team Die Pokémon Die ich bis hierhin Mir besorgt habe Die man nur auf dem Kleinen Bildschirm sieht Was echt dumm ist Was unser Starter Natürlich ist Ein Mabula Was ich wahrscheinlich bis An's Ende haben werde Mabula ist Also die Weiter Die letzte Entwicklung Wie heißt das Dur Duranion Duranion Duracell Das will ich bis zum Ende glaube ich haben Trompec Will ich glaube ich auch Bis zum Ende haben Weil ich mag Zukanon Pampoli Ist halt auch ein starkes Pokémon Bodenfeuer Kann ich eigentlich auch Nichts dagegen sagen Mangunior Weiß ich nicht Ob ich das bis zum Ende Durchziehe Dass ich das behalte Ich glaube nicht Und Wuffels Wuffels Das ist halt Tempomacher Wuffels Das heißt Moment also ich komme Immer durcheinander Tempomacher Wuffels Ist schon das besondere Wuffels Weil inzwischen heißt es Nicht mehr Tempomacher Ich komme immer durcheinander Ne Gleichmut brauche ich Ah ne Gleichmut ist heute Tempomacher Genau Stimmt schon Schade das meine ich Tempomacher Wuffels Ist das besondere Wuffels Das Ist es hier auch so Dass es sich nur Bei Zwielicht Entwickelt Gibt es hier Zwielicht Oder reicht hier Tempomacher Wahrscheinlich brauche ich Zwielicht oder Man braucht Zwielicht Okay Ah ja Ich finde es halt Cool weil es ein Besonderes Mon ist Dass ich das in meinem Team habe Trotzdem will ich Natürlich auch noch Eigentlich ein Geist Pokémon haben Wahrscheinlich Wahrscheinlich Mimikyu Aber dann ist ja Mein Team schon voll Was für krasse Pokémon Kriegt man denn hier Von Anfang an Es gibt ja auch nicht So viele Pokémon In dieser Gen Wenn man hier mal Durchguckt Was Lusadin Wäre natürlich auch Witzig Pampoli Aranestro Ist auch witzig Pflanze Habe ich halt schon Ich habe halt genau genommen Flug auch schon Mit meinem Starter Das heißt wahrscheinlich Nehme ich gar keinen Zugkanon mit Am Ende Amphira Wäre halt auch geil Amphira ist auch Feuer Da habe ich eigentlich Pampoli Ich glaube Pampoli Ist besser als Amphira Die Sandburg Wäre natürlich auch geil Ja die Gen 7 Hat schon coole Pokémon Tortunator Wäre auch geil Als Drache Aber Mimikyu Muss er eigentlich sein Ich habe kein Wasser Pokémon Vielleicht Moruda Sicher nicht den hier Sicher nicht den hier Hässlichstes Sublegy ever Pseudo-Leggy Nicht Sublegy Ja okay Wir schauen einfach mal Ich glaube Stimmt Tukannon nehme ich doch nicht Wahrscheinlich Weil ich ja meinen Starter habe Aber wir spielen jetzt einfach mal weiter Ich weiß nicht genau was ich machen muss Aber ich gehe einfach mal weiter Stimmt Alola könnte ich mir natürlich auch überlegen Dass ich das ins Team packe Wie Alola Wulpix Ich bin kein großer Alola Wulpix Fan Wenn dann bin ich Diktar und Kleinstein Und alle anderen Fan Knogger wäre auch geil Ich weiß gar nicht wie ich die kriege alle Aber wir gucken einfach mal Ich glaube durchspielen wird nicht das Problem Hallo Henriette Okay es geht schon los ey Mach's für Prani Und wer macht's für mich? Wie heißt die Website? Du kannst Ausrufezeichen Du kannst Ausrufezeichen Origin Decks machen Wie es im Titel steht Und dann kommst du auf die Website Und kannst dir selber so einen Account anlegen Fängst du die Pokémon in SM oder Usum? Ich werde SM nur spielen Wahrscheinlich Um Um Ashkojutsu zu holen Sonst werde ich die Standardspiele nicht anfassen Glaube ich Sonne 17 Uhr bis 17.59 Uhr Das könnte ich ja sogar dann heute schaffen Achso wir spielen Wir spielen Mond Das heißt es ist um In der Früh Hä das ist Moment mal Das heißt Zwielicht Ist in den Ist in den Versionen Unterschiedlich Was ist denn das für ne Logik? Als ob kein Zwielicht existiert In äh In einer Welt Nur weil es eine andere Version hat Ernsthaft? Tageszeiten sind auch unterschiedlich Wie sollen denn Tageszeiten unterschiedlich sein? Willst du sagen Dass in der Mond Version In der Nacht Tag ist Und am Tag in der Nacht? Im Mond ist Tag über Nacht Das ist so dumm Das ist so dumm Dann ist bei mir immer Tag Das ist so dumm Hallo Hedgegoodman Ist SM nicht notwendig? Hab die 7.Gen echt nicht so im Kopf Ich auch nicht Ich spiel's zum ersten Mal Äh anscheinend brauche ich kein SM Weil Usum ist einfach SM nur mehr Stell die Zeit 12 Stunden vor Dann ist immer Nacht Ja Nee Leo vielen Dank für deine Patreon Videos Ich war gestern auf einem Konzert Und danach alleine im Hotel Und hab mich nicht so wohl gefühlt Dann hab ich mir dein neuestes Video angeschaut Und mir ging es besser Und ich konnte dabei einschlafen Henriette Gerne 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 Übrigens Henriette Falls du das nicht mitbekommen hast Ich habe auch einen zweiten YouTube Kanal Jetzt Oder einen vierten Fünften LeosMind2 Wo ich Let's Plays hochlade Und extra so Dass es entspannt ist Das heißt Du hättest auch das anschauen können Für Acht Stunden Das ist dann genau für dich Dieser Kanal Origin Decks demnächst um 4 Uhr morgens Ja wir müssen den Streamplan ändern Damit ich Damit ich Zwielicht habe Warum bringt dieses Yorklef mich rum Ich bin ein Albert Ross Was keinen Sinn macht Weil ich war gerade noch eine Eule Die Zeit orientiert an einer eingestellten Uhrzeit Ja 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 Das ist alles klar Aber ich dachte nicht Weil In der echten Welt Ist Dämmerung Und Dämmerung Und Wie heißt es Sonnenaufgang Und Sonnenuntergang Ist jetzt wie Licht Müssen noch ein paar Shader geladen werden Sonnenuntergang Und Sonnenaufgang Ist ja Zwielicht Es ist halt unverschämt Dass es Im einen Spiel Das eine ist Und im anderen Spiel Das andere Oder ist Zwielicht Immer nur Sonnenuntergang Ich glaube Zwielicht ist sogar Nur Sonnenuntergang SM für Alola Kleinstein ohne Breeden Nötig Nein Mauri Nein Georock Schau mal was von Georock gehört Das ist halt die Besonderheit In den Spielen Ja es ist Ich reg mich nur künstlich auf So schlimm ist es nicht Wenigstens haben wir hier dann immer Schönen Tag Wenn wir hier Nachmittag spielen Ähm Wobei Warum ist hier eigentlich Tag Es ist gerade mal 15 Uhr 20 Warum ist jetzt hier gerade nicht Nacht dann Wie meinst du Georock Kannst du fangen in allen Spielen Also warum soll ich mir einen Kleinstein in SM holen Wenn ich Georock in Usum fangen kann Das haben wir doch letztes Mal schon gesagt Ich habe mir vor Ein Nintendo Eine Nintendo Switch zu kaufen Weiß aber jetzt nicht Ob ich einen größeren SD Karte kaufen soll Falls mein Geräte vollen Speicher hat Blade Sasuke Äh das weiß ich auch nicht Wie viele Spiele du besitzen willst Aber Nintendo Spiele sind nicht sehr groß Deswegen äh Kannst du das Problem Ja angehen Komm ich da hoch Warum Warum existiert das hier Das Problem kannst du ja angehen Wenn du Vollen Speicher hast Und nicht Davor Falsche Uhrzeit auf dem 3DS Das ist mit meinem PC verknüpft Und auf meinem PC ist nicht die falsche Uhrzeit Das wäre glaube ich komisch Habt ihr das mit den Pokémon Speicherkarten mitbekommen? Komm Nee was passiert Warum stirbt eigentlich Marbula nicht mit einem Schnabel? Weil es Elektro auch ist? Marbula ist dann auch kein Elektro Nee sehr effektiv Smash Ultimate ist mit ca. 15 GB Echt? Smash hat 15 GB? Krass Gesichter Weil mein Gesichter war nicht schlecht oder? Hat Gesichter was gemacht? Ermöglicht es Geister Pokémon mit Normal und Kampfattacken anzugreifen Ignoriert den Fluchtwert des Ziels Dafür ist Gesichter? Ich dachte immer Gesichter ist ein Angriff Ich glaube ich verwechse es mit Seer Passt schon Ich bin Pflanze Ich kann Normal Pokémon mit Pflanze angreifen Ich glaube wir reden aneinander vorbei Für den Origin Decks brauchst du doch einen Alola Kleinstein Was in Usum nicht wild existiert Okay Also fange ich mir einen Georock Und mache daraus einen Kleinstein Warum soll ich SM spielen? Wenn ich einen Georock fangen kann? Du weißt Kleinstein, Georock, Geowatz Warum soll ich einen Kleinstein fangen Wenn ich Georock fangen kann? Oh nein, Tali Ach verdammt Nimmst du das hier überhaupt ernst? Ist das dieses Team Skull? Hallo Only Limes Okay, geben wir Tali eine richtig dumme Stimme, okay? Übrigens, ich will einen Counter machen Ich mache mal eine Textdatei auf Weil Hopp macht ja eine sehr sehr dumme Bewegung Und Diese Bewegung hat er von Tali geerbt Deswegen will ich mal gucken Ob Tali Selber Diese dumme Bewegung auch macht Und wenn wir dann Gen 8 spielen Ob Hopp sie öfter macht Aber ich glaube, Hopp macht sie öfter Ihr werdet sehen, welche ich meine Wenn er es macht Ich glaube, jetzt macht er es nicht Wie ich sehe, wurde der einzige richtige Starter ausgewählt In Gen 7, ja In Gen 7 muss man Bautz nehmen Die anderen sind wirklich Also, Miaozinger ist noch süß und so Aber wird halt hässlich Hopp ist ertragbarer als Tali Ja, Hopp hat wenigstens eine Identitätskrise zwischendrin Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben Spaß haben Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen Indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt Oh man, Leo Dieser Typ macht mir Angst Dein Name ist Leo Der erkorene Name Ich sehe schon Nein, ist er nicht Nö, tue ich nicht Du bist vorsichtig Das gefällt mir Mein Name ist Gladio Das ist doch ein Pokémon Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull Aber lassen wir das Gerede Jetzt wird gekämpft Oh boy Ein Kampf Da war die Bewegung Wir reden von der hier Hat er das echt gemacht? Oder meinst du, dass um 360 Grad drehen, ohne sich zu bewegen? Gladio hat ein Banger Theme Passt schon Ist halt ein Pokémon Theme Rachel Pricefield Du bist ein Krio Spino Henriette Du bist ein Turtok So, mein Arboritos Ist am draufgehen Finte, das ist uncool Das ist uncool Kühner Du bist ein Wumba Wumba Blipp Blipp Big Big Boy Hallo Atlas Du bist Neue Hallo Neue Zum Glück sind Dank EP-Teiler Alle meine Pokémon Auf Level 16 Hedge Goodman Du bist ein Tintenfisch Fast Guy Hallo übrigens Du bist ein Gruff Hier sehr viel passiert auf dem kleinen Bildschirm Ich warte die ganze Zeit, dass was passiert Und ich seh's nicht, weil der Bildschirm so klein ist JGamer Das sollte dich freuen Du bist ein Tannhell Trom-Pack 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 Zum Glück ist es kein Origin-Ex-Naslog Dann wär jetzt mein Starter tot Das mit dem Handfuchteln Achso, das mit dem Handfuchteln meine ich gar nicht Das kenn ich gar nicht mit dem Handfuchteln Ich mein, wenn er Er quasi Er bangt die Luft so Das macht Hopp Glaube ich 50 Mal Wenn du das Spiel durchspielst Und Die Bewegung hat er von Tali Geerbt Hallo Sophie Schnüffler Nee, Schnüffler bringt doch gar nichts Weißt du schon, wie viel man Wie viel Mal Wie viel Mal du ungefähr das Spiel durchspielen musst Äh, anscheinend Also anscheinend Nur einmal U Und einmal Also einmal Us Und einmal Um Aber sagt mir Ob ich's öfter spielen muss Als einmal Us Und einmal Um Ich hab nicht Breeden untersagt Mauri Wann hab ich jemals gesagt Ich verbiete Breeden Darf hab ich ganz schön oft Gebreedet schon Ich mach nur Kein Breeden Wenn es einen interessanteren Richtigeren Weg gibt Aber Ich finde es nicht interessanter Und nicht richtiger Ein Spiel Nur wegen Kleinstein durchzuspielen Wenn ich das bessere Pokémon Fangen kann Er hat Typ 0 Von Anfang an Ich mein, er heißt 0 Also der andere ist 0 Okay Das Ich glaub das ist auch Ein krasses First Und auch Seitdem nicht mehr da gewesen Das einfach im ersten Ist das unser Rivale? Ne, nicht wirklich Talies Rivale Zählt Gladio als Rivale? Das der erste Rübelkampf quasi Der hat einfach ein Leggy Was ist das? Das ist vor allem Typ 0 Normal Drache? Wasser? Was ist Typ 0? Zertrümmere los Du bist doch normal Du bist Typ 0 Warum bist du nicht? Doch, du bist normal Okay Aber ein bisschen zu stark Ein Volperdinger Quasi Oder eine Chimere Gibt's eigentlich noch Ein anderes Pokémon Was eine Chimere ist? Ne, ne Das ist eigentlich die Chimere Ach, sein Partner heißt 0 Damit war Typ 0 Ah, ich dachte Ich dachte es gibt noch Ich dachte es gibt noch Einen anderen NPC Der meinte sein Pokémon Er nennt es einfach 0 Okay, okay, okay Amigento hat dasselbe Prinzip wie Arceus Das weiß ich Ich kenn das Pokémon Ich hätt noch nicht gedacht Dass der erste Rüppelkampf Einfach Ein Lätschi hat Das Labor Arceus Dann probieren wir nochmal Doppelkick Easy Ich hab dann 7 nie selbst gespielt Ich auch nicht Heute hast du was gegen mich, oder? Was passiert? Kann ich mein New 3DS wohin schicken Die mir eine andere Software drauf spielt Plus virtuelle Konsole drauf lädt? Gibt's sowas? Hab keinen PC Du meinst ein Service Der dir dein 3DS moddet? Ich glaub das ist einfacher Wenn du einfach in dein Internetcafé gehst Und es selber machst In 30 Minuten Das kriegst du hin Hallo Herr Pappnase Schon bei Gen 7? Ja Gen 6 Video kam letzte Woche raus Und jetzt sind wir bei Gen 7 Und schaut euch diese wunderschönen Wolken an Anscheinend sind die Wolken Texturen Und keine Keine Mathematik Krass Alles außenrum hochskaliert Und dann die Wolken einfach so ein Eine Skybox Mit einer Textur von 3 Pixeln Die Wolken Das waren zu viele starke Gegner auf einmal Ich bin auch nicht so weit Starke Gegner Ey Gen 7 ist richtig sassy Ich rede von dir und deinem Freund da Sein Problem sind nicht seine Pokémon Er will Spaß haben beim Kämpfen Daran hab ich nichts auszusetzen Ich schon Aber seien wir doch mal ganz ehrlich Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen Dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Hala Nicht mal den Hauch einer Chance hätte Dass er nur zum Spaß kämpft Ist nichts weiter als eine feige Ausflucht Oh Du kennst Opie Und du findest, dass ich stark bin Ey Das sind blöder Blöde Blöder Rübel Hallo Biest Aloha Das hat mir die AO Box Gar nicht angezeigt Gibt es Internet-Cafés überhaupt noch? Klar Natürlich Alola ist die korrekte Grußform aktuell? Ja, bitte jeden bannen, der nicht Hallo sagt als Alola Hi Moin Wie geht's? Alle werden Diskriminiert Ich breche ab Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren Was für ein Loser Wie hart ist dieses Spiel? Wie asoziell sind die alle? Soll die Bewegung von denen eigentlich einen Totenkampf symbolisieren? War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du nur eine große Klappe hat, aber nichts dahinter Am besten verziehst du dich einfach und überlässt das den Profis Ich werde übrigens heute noch Sachen vorlesen, weil ich frisch im Spiel drin bin Aber ich glaube nach einer Stunde sind es so viele Textboxen, dass ich nur noch durchspammen werde Ah Davon rate ich euch ab Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr Ihre Pokémon sind stark Wir sind den ganzen Weg bis hierher gekommen Es nervt mich jetzt schon wie viele Texte sind, die einfach null Inhalt haben, die nichts der Story beitragen Ja, es sind blöde Rüpel, Rüpel A und Rüpel B Leute, die nach Buchstaben benannt sind, haben kein Recht überhaupt eine Textbox zu haben So machen wir es ab jetzt Alles, was die Textbox hat Von einem Wegschmeiß-Dina-4-NPC Er wird weggeklickt Aber hier, Tali natürlich Danke, Leo Und ihr auch, Mabula Das habt ihr wirklich toll gemacht Warum dankt ihr meinem Mabula? Mein Mabula hat noch nicht mal den Kampf beendet Aber es ist das erste Pokémon im Team, das noch lebt Hm, und jetzt? Wenn ich die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will Muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren Hier, Leo Das wird dir bestimmt helfen Halt die Ohren steif Leo, dein Spirit-Pokémon Du kannst nur auch warten Wenn ich warten muss bei Riesing-Textboxen Dann kannst du auch warten Drei Sekunden auf dein kleines Zettelchen Mit deinem... Hier Sophie Mein Gott, wie habe ich nun geredet Mit einem legendären Hund Samazenta bist du, Sophie Du bist ein Samazenta Ich glaube, ich brauche noch einen Mabula, oder? Ich bräuchte noch einen Mabula Wir fangen noch einen Mabula Mabula gegen Mabula Wir heißen Leos Kinder später Kind A und Kind B Ja, so wie in Birdbox Junge und Mädchen Aber das wird nie passieren, zum Glück Warum habe ich ihn paralysiert? Okay Der Stängert Hallo Jenny Der Stängert Der Stängert Ich habe jetzt dreimal was geschrieben An was mich das gerade erinnert Und du hast es voll überlesen Immer noch, ja Ich habe schon wieder überlesen Ähm Hallo Stütte Stängert Ich hoffe Euer Stream war großartig Ich hoffe, es geht dir gut Dankeschön Dankeschön, dankeschön Herzlich willkommen Zu Pokémon Ich bin Pokémon Streamer Hier gibt es nichts anderes als Pokémon Äh, Pokémon Und ich weiß, ich bin 35 Jahre alt Und spiele Pokémon Aber das ist der Das ist der Reiz daran Wie Schafft es heutzutage Ein 35 Jahre alter Opa Ein Spiel zu spielen Bei dem man eigentlich nur A-Spam muss Und das ist hier diese Simulation Hier erfahrt ihr, wie das geht Lügen Stream, hier gab es auch schon Zelda Dafür hast du keine Beweise Und ich mag meine Zuschauer nicht Stängert mag seine Zuschauer auch nicht Niemand mag seine Zuschauer Und wenn ihr das Gefühl habt Der Streamer mag euch Dann ist es nur ein verdammt guter Schauspieler Ganz, ganz einfach Ich hasse sie Du hast ein eigenes Kappa Der umgeht unser Kappa Unser Kappa-Verbot Indem er ein eigenes Kappa hat Und hallo Eyeballs Hallo Enso Den Herrn hier habe ich schon mal In einem YouTube-Video gesehen, glaube ich Das kann sein Enso, das kann sein Philipp, dankeschön für 5 Monate Hallo Error Hallo Taco Dragon Du hast ein Shiny Bedisa gefunden Geil Shiny God Ich sollte mich heilen gehen Ich bin ziemlich am Arsch Äh, wir beißen in dieses Hühnchen Und wir Wir doppelkicken in das andere Hühnchen Das macht alles keinen Sinn Du hast auch einen goldenen Kappa Hier hatte mal jemand den goldenen Kappa Beziehungsweise wir hatten mal einen goldenen Kappa-Train Wir hatten mal einen goldenen Kappa-Train Fokus dann dann nach dem Kampf Ich hab's gesehen Trotzdem muss ich hier erstmal durch Ich weiß noch nicht mehr in welchem Irgendwas wegen Streaming Jaja, irgendwie so ein Dreck Was ich damals gemacht hab Irgend so was Moment mal Ich kann Funken sprungen Warum hab ich das nicht gemacht Ich trottelchen Und Donnerzahn Meine Güte sind die tot Immer dieses Spoiler und Betsy Gaming her Wer? Achso, dass da ein Pokémon Center ist Jaja Unglaublich Stengott Dankeschön für 25 Monate Rapp Danke, danke, danke Okay, ich bin am Arsch Warum sind die so stark? Ich bin genauso stark Schöne Grüße von Zombienchen Okay Warum ruckelt mein Spiel? Moment, aber Also ich emuliere gerade das Spiel Aber ihr habt schon mal gesagt Das Spiel auf dem 3DS Ist ein reines Frame-Drop-Fest Trotzdem komisch, dass das hier gerade geruckelt hat Warum ist Donnerzahn so schwach? Sollte das Tier nicht einfach von Oder ist es Galluk-Stein? Weil es in der Schale drin ist Nein, das ist Unlichtvogel Egal Selbst wenn es Stein wäre Warum ist es so stark? Oh, okay Ich war Level 13 Trotzdem Warum ist das nicht stark Stärker als das? Okay, mein Wuffels Wird jetzt einfach hier durch Donnerzahnen Es wäre schon ein bisschen traurig Wenn ich jetzt draufgehe In Gen 7 Dem einfachsten Pokémon-Spiel Das jemals erschaffen wurde Au Oh, oh Easy Ich meine, ich könnte auch noch Belebe einsetzen Fällt mir drauf Dankeschön Eski für zwei Monate Prime Soll ich Belebe einsetzen? Soll ich mich dieser Schmach hingeben und Belebe einsetzen? Nein, mein Wuffels regelt Skaluk jetzt Ich werde auch wohl zwei Skaluk-Pflücker überstehen Okay, vielleicht auch noch einen Volltreffer Donnerzahn Und okay Das heißt, anscheinend ist Skaluk schneller als ich Was auch schon Unverschämt ist, weil das Ding ist einfach in der Eischale drin Okay, ich setze den Trank ein Oh mein Gott, ist das peinlich Es tut mir leid Das Tafelwasser besser als Trank eigentlich 30 20, ja natürlich Nein Ich hab Wie dumm ist das gemacht? Habt ihr das gesehen? Das war so, das ist so schlecht gemacht Ich weiß, ihr habt es nicht wirklich gesehen Weil es auf diesem kleinen Bildschirm alles stattfindet Das war so ein Bullshit Das war so ein Bullshit Ich hab Tafelwasser ausgewählt Und das Spiel lässt mich Ich hab mich verklickt danach Das Spiel lässt mich Tafelwasser auf ein totes Pokémon anwenden Und dann sagst du Das ist wirkungslos Ach Der Tod zählt nicht Der war Quatsch Dafür kann ich rein gar nichts Dafür konnte ich rein gar nichts Auf jeden Fall Das Spiel sollte mich nicht Pokémon Heilen lassen Die tot sind Was war das für ein Quatsch? Das hat automatisch das erste Pokémon ausgewählt Prani Dankeschön für Tier Wo geht's lang? Prani Vielen, vielen Dank Für dein Tier 3 Dankeschön Ich besiege jetzt einfach Viecher Weil ich anscheinend stärker werden muss Dein Rotom spricht mit dir, Leo Und interessiert mich das Ist doch wie Navi in Zelda Da hört man doch auch nicht drauf Wenigstens macht es nicht Listen So kann ich es schön ignorieren Habe ich irgendwie das Spiel auf extrem schwer gestellt? Oder warum One Hatte ich nicht alles? War nicht Ultra, Sonne, Mond Die schwersten Games? Oh, MXE Nein Das waren die einfachsten Games Ich habe nur gerade so richtig krass Versagt Ist Pflüger gut? Nein Ich habe nur gerade richtig krass versagt Weil ich kein einziges Mal Kein einziges Mal Mich heute geheilt habe Die einfachsten sind es nicht? Nee Wo geht's lang? Hier Bei jedem Death wird das Game schwieriger Mhm Von den neuesten behaupte ich Ist es das schwerste? Echt? Dann ist es ja doch nicht so peinlich Dass ich gerade draufgegangen bin Das Rasierblatt eigentlich besser als Bloodwork? Gerechtigkeit siegt Der Streamer wurde gescammt Die schwersten waren glaube ich Gen 4 Nein, die schwersten waren Gen 5 Gen 5 ist das schwerste Pokémon-Spiel Heißt ein Tauros? Ja, schnell killen Oh, es killt mich Ne, da steht Prime-Esky Da steht Prime Aber das ist ja super Pasch dich nix Das ist dein Spiel Mariko Das wird sicher dauern bis wir da ankommen Ja, drei Monate ist auch eine Zeitung, oder? So, mein Rotom redet mit mir So, mein Rotom redet mit mir, ja und? Soll ich jetzt meine Maus auspacken? Den Bildschirm hervorrufen? Und jetzt so richtig hier Passive-Aggressive sagen Ach ja? Mal sehen, die nächste Prüfung findet am Plätscherhügel statt Ich weiß Danke, dass ihr mir gesagt habt, dass Rotom mit mir redet Mann, war das ein tolles Erlebnis, wie Rotom mit mir geredet hat Gen 5 ist aber nur schwerer wegen dem Hürden-Modus Ich meine, ja, du kannst Gen 5 dir noch schwerer machen, indem du es dann auch schwer durchspielst, klar Aber Gen 5 an sich ist, würde ich sagen, definitiv schwerer als Gen 4 Die Pokémon, das Spiel, der allein am Ende musst du gegen Jesus, N, Champ und die Top 4 in einem Stück kämpfen Das hört nicht auf und du wirst nicht geheilt So, mal schauen, ob wir das jetzt schaffen Und es gab noch keinen, äh, EP-Teiler Aber gut, das hatte Gen 4 natürlich auch nicht Die Herrscherkämpfe sind hier schwierig Wir werden es sehen Ich finde es im Moment am schwersten, meinen Start am Leben zu halten Bauts Was ist los? Volo, Giratina, beide Form waren sehr fies damals Okay, aber jetzt reden wir von Gen 8 auf einmal Volo, Volo ist Gen 8 Aber ja, der Volo-Kampf ist krank Aber der ist geil Aber der ist auch nur krank, wenn man nicht vorbereitet ist Also wenn man überrascht wird, was jeder von uns wurde erstmal Schau, Lurky, Prani ist es auch komplett egal Du kannst es noch dreimal schreiben Und sie wird dich ignorieren Wow Äh, Schnüffler Warum wollt ihr dauernd alle Schnüffler lernen? Das ist die Schnüffler-Gen Wenn ich mir einen gemoddeten 3DS im Internet kaufe und spiele Pokémon damit Kann ich dann die Pokémon auf Pokémon Bank und später dann auf Pokémon Home übertragen? Ja, warum sollte das nicht gehen? Ohne dass es eine Meldung kommt, dass dein 3DS gemoddet ist Natürlich geht das Ein gemoddeter 3DS ist nichts Illegales Die Frage ist nur, was du mit diesem gemoddeten 3DS machst Du kannst natürlich illegale Sachen mit dem gemoddeten 3DS machen Mach die einfach nicht Und genau Sasuke, mod deinen 3DS selbst Kauf dir keinen Das ist verschwendetes Geld Außer du hast noch gar keinen DS Dann kauf dir vielleicht direkt einen, der gemoddet ist Aber das ist, die sind so viel teurer, nur weil sie gemoddet sind Obwohl Modden, nichts ist so einfach zu modden wie ein DS Vielleicht ist eine Wii noch einfacher Aber nicht mal das, glaube ich Beast, du bist ein Inferno-Pod, nur davor ein kleiner Ein Mini-Pod Hallo? Hallo? Ich muss A drücken, um in ein Gebäude reinzugehen Beistängert Bei deinem Bank steht da, dass die Probephase noch da ist Naja, hast du mal die Zahl gesehen, was da steht? Erinnerst du dich noch dran was? Oder kannst du schnell gucken, was da für eine Zahl steht? Wirkt diese Zahl richtig für dich? Neun Tage? Nein, da steht nicht neun Tage Was steht da genau? Er hat einen Freundesball benutzt dafür Ein Freundesball, Paris Zwei DS kann man auch easy modden, ne? Weil die sind ja günstiger, oder? Jedes DS-System kannst du genau gleich super einfach modden Also, dass Käfer gegen ne Eule nicht sofort tot sind, ist schon ein bisschen hart hier Also, vielleicht ist es doch nicht so ultra einfach Aber es war, glaube ich, das erste Spiel Wo einem angezeigt wird Ob eine Attacke sehr effektiv ist Und das hat mich damals so gestört, als ich das gesehen habe Dass du einfach, du musst einfach nur einmal ein Pokémon gesehen haben Noch nicht mal gefangen haben Gefangen haben würde ich ja verstehen Weil dann kann ich das selber erforschen und sowas Also, ich muss es nur einmal im Kampf gesehen haben Oder irgendwo gesehen haben Und schon wird mir angezeigt Welche Attacke gegen dieses Pokémon sehr effektiv ist Und ich glaube, in Gen 6 war das noch nicht so Und das ist, finde ich, so kontraproduktiv Ich habe einfach eine schlechte Eule Du hast recht Kämpfe mir gegen alles, was geht eigentlich Wundert mich, dass es dich aufregt Ich bin eh kein Fan von Kämpfen Ja, aber ich bin Fan von gutem Gamedesign Und das, finde ich, ist einfach ein Schlechtes Gamedesign Weil es Der Sinn von Pokémon ist, dass du Verstehst, wie die Wechselwirkung funktioniert Wenn dir einfach vorgekaut wird Welche Attacke gut und welcher Der Spaß an Pokémon war immer, dass du nicht genau weißt Oh Was für ein Typ hat der Gegner? Du denkst dir, oh, der Typ sieht Der Gegner sieht aus wie ein Drache Also mache ich Eis Boom, es ist kein Drache Und jetzt wird dir einfach gesagt Was der Gegner ist Und was du für Attacken machen musst Ich muss auch kein Fan von Kämpfen sein Um das dumm zu finden Moment, ich wollte immer noch Ich brauche immer noch einen Marmuler Da steht kostenfreie Probezeit nach Fragezeichen 0,9 Tagen Ja, und wirkt dir das wie eine ernsthafte Anzeige? Weil da steht Fragezeichen 0,9 Tage Weil Die Server von Nintendo abgeschaltet wurden Also nein, keine Angst Warum ist da so ein Zeichen in dem Wasser? Dein Bank ist für immer kostenlos Ich muss das Pokémon aber schon im Dex haben Ja, gesehen haben Ich muss es nicht gefangen haben Sobald ich das Pokémon gesehen habe Wird mir angezeigt Besiegt oder gefangen? Okay, besiegt Einmal besiegt haben Ich dachte, gesehen reicht Gehen wir mal hier lang Und dann kommt Kampf ist Unlicht gegen Schlecht Ja Hier kommt New York Clef Was ist Gin 5? Was ist meine Gin 7? Okay War ich hier schon? Okay, ich glaube ich habe mich verlaufen Ja, hier war ich schon Okay Das wird ein langwieriger Spiel Durchgang Aber ich habe mir jetzt Angst gemacht Dass es voll schwer wird Also level ich jetzt Seit wann macht der Pokédex in Usum Diese Animationen bei neuen Pokémon Ich glaube ich habe noch kein neues Pokémon gefangen Ich weiß nicht was du gesehen hast Okay Jetzt hier schon los Ist es die erste Arena-Leiterin Entschuldigung Ähm Wie heißt die hier? Das einzige Spiel, wo es keine Arenen gibt Tracy Die war auch im Anime Prüfung Magst du mir mal deine Fusion gewähren? Du willst eine Fusion Was willst du denn für eine Fusion? 131, 243 Später Captains Habe ich ein Handy geschenkt gekriegt? Verschenkt die an jeden neuen Menschen Handys? Das kostet Eine Arena gibt es Ah und hier gibt es jetzt so ein Spiel davor mit Lapras Oder so Okay Hier ist deine Fusion Ampharos Aber nur der Schwanz und das Gesicht sind anders Ist doch süß Ist doch voll süß Philipp Du bist ein Zickzacks Akuma Ola Ola Ole Ole Du bist ein Jirachi Nicht schlecht Jirachi Hallo Scarlet Okay Wie ist das Game Wer bist du endlich? Wie war nochmal dein Name? Leo Ein wirklich schöner Name und er passt so gut zu dir Siehst du die beiden Wasserwirbel da drüben? Hör auf zu flirten Hier geht es um Business Ich vermute Ich vermute, dass ich hinter einem davon einen Lusardin verstecken könnte Vielleicht lassen sich aber auch in beiden Wasserwirbeln Lusardin auffinden Wer weiß Warum hübsst du nicht auf den Rücken von Lapras und schaust einfach mal nach? Wir brauchen Lusardin Ach Pokémobil ist gar kein Handy Trotzdem Das heißt ich habe jetzt schon surfen gelernt? Ich lerne einfach surfen Was ist das hier? Oh Ich dachte wir sind in einer Prüfung Guck du auch im Gras nach Pokémon? Ne Was? Wasser Scarlet Dankeschön Für drei Monate Ich glaube die Arena wird ein Witz Und bitte korrigiert mich nicht Jedes Mal wenn ich jetzt Arena sage Das ist eine Arena für mich Ich werde da jetzt nicht jedes Mal Wie? Wie heißt es überhaupt? Prüfung Guckst du auch im Gras nach Pokémon? Ja immer noch verstehe ich nicht was du meinst Ich bin auch die ganze Zeit im Gras Ich weiß wie Pokémon Spiele funktionieren Wo soll ich denn sonst reingehen? Und klick Das ist ja kein Challenge Ich sag Arena Lusardin Bist du ein Männchen? Meinst du es wird länger dann als Gen 6? Ja Gen 7 sind lange Spiele Weißt du du bist ein Weibchen? Hint fort mit dir Er macht rechte Hand Warum macht das rechte Hand? Ich hab Bauts entwickelt Ja Ist das jetzt schon ein Herrscher? Ich will noch ein Lusardin Muss wahrscheinlich alle machen Vor allem rechte Hand Nur mit Flossen Hallo Kaste Hallo Bisa Lina Wie läuft es bei dir eigentlich so allgemein? Spielst du die Spiele immer noch erst durch Und fängst dann die Pokémon Oder fängst du sie so zwischendrin? Ich fange alles so zwischendrin Wie es mir Vor meine Nase läuft Wie zum Beispiel dieses Araqua Warum sollte ich das jetzt nicht fangen? Marige hör auf so ein Quatsch hier zu verbreiten Gen 7 sind die besten Spiele Warum hau ich nur zwei Pokébälle? Was bin ich denn für ein Trainer? Peinlich 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 Was? Du kannst während einer Prüfung Keine Pokémon fangen? Disappointed Hallo Noir Night Raven Akrobatik? Jetzt schon? Mabula kann Akrobatik? Wie geil ist das denn? Okay, aber was? Lehmschelle? Geil Ich sag euch Du Duranion Wird mein bestes Pokémon Geduld? Geh weg Kann ja sein, dass du sagst Du willst erst die Story durchziehen Und dann in Ruhe alles fangen Das sage ich in den Videos auch immer Aber es stimmt nicht Ich lüge knallhart Äh, ich fange zwischendrin Wie es halt gerade so passt In den alten Gens habe ich das noch eigentlich so gemacht, dass ich alles ignoriert habe Weil man da besser dran war, wenn man sich ein Fang Pokémon gebaut hat Aber fangen ist halt viel zu einfach geworden und deswegen muss ich nicht warten, bis ich ein Fang Pokémon mir gemacht habe Was für Special Challenges oder spezielle Pokémon sammelst du? Ich spiele Gen 7 Hallo Redface Das heißt die Aufgabe gerade ist Warum sehe ich eigentlich so komisch aus mit diesem Helm und so? Ist das die erste Gen, wo man einen Helm trägt? Ne, in Gen 6 hat man auch einen Helm auf einmal gehabt beim Fahrradfahren, oder? Was? Was ist das denn für ein Quatsch? Warum mache ich eigentlich nicht Schnabel? Machen die das jetzt die ganze Zeit in diesem Spiel, dass sie andere Pokémon rufen? Ich dachte, das ist nur so ein Special-Ding, was manchmal passiert Nein, boom Wird mich das nerven? Ist das cool? Es ist cool, wenn ein Shiny kommt wahrscheinlich Oder das Level 11 Brutalanda, oder was das ist Je nach Pokémon wahrscheinlich, ja? Ja, wird dich nerven? Okay Ey, mehr XP, man Ich weiß nur, bei jedem Origin Decks machst du was Besonderes Ich habe das Spiel noch nicht mal durchgespielt Ich weiß nicht, was ich hier Besonderes machen kann Ich habe noch nie Gen 7 gespielt Ihr müsst mir sagen, was ich Besonderes machen kann Weil ich weiß nicht, was hier passiert Deswegen immer Donnerwelle mitnehmen Können donnergewählte Pokémon nicht nach Hilfe rufen? Ich dachte, das plant sie vorher Meistens spiele ich das Spiel durch Weil ich das Spiel das erste Mal genießen möchte Weil ich es meistens noch nie wirklich gespielt habe Und währenddessen kommen die ganzen Besserwisser Und sagen mir, was ich tun soll Also Error Sag mir, was ich tun soll Okay, einfach weitergehen jetzt Ist da noch eine Stelle gewesen? Ich will rauszoomen Ich will nicht umschauen können Komm hier, Pokémon Ich kann gucken Paralyse, Gift und Schlaf verhindern das Rufen Mein Schlaf ist logisch, ja Kannst eh nix anderes machen Komm, wir trainieren richtig krass Herrscher-Sticker sammeln Ich habe das mit dem Herrscher noch nicht ganz verstanden Jeder hat irgendwie jetzt bisher was anderes gesagt Aber wenn es bedeutet Alle Sticker sammeln Heißt, ich kriege ein Herrscher geschenkt Dann natürlich mache ich das Es gibt anscheinend welche, die man sammeln kann Aber nicht übertragen kann Wegen einem Bug Ich schaue mir jetzt deine Gen 5 und 6 Origindex Videos an Und gebe eine positive Bewertung Okay, Taco Aber bitte gib nur eine positive Bewertung Wenn du das Video auch gut findest Du brauchst nicht Daumen hoch machen Bevor du das Video nicht gesehen hast Und gut findest Die Sticker gibt es doch erst in Ultraspielen, oder? Und hast du gesehen, was für ein Spiel wir spielen? Alle Sticker sammeln heißt, du bekommst alle geschenkt Hallo Itachi Die Feuerprüfung wird lustig Ich fange jetzt einfach ein Loser Dean Und dann mache ich Wischiwaschi Ultra Swarm Und dann kill ich die Feuerprüfung Ich dachte, du spielst erst Sonnenmond Ich werde gar nicht Sonnenmond spielen Weil es keinen Grund dafür gibt Außer jemand hat einen Grund für Sonnenmond Einen guten Grund Jetzt ist aber immer dunkel Es ist dunkel, weil es regnet Oder weil es jetzt langsam Abend wird In dem Spiel TM Ladestrahl Gut, nehme ich, nehme ich Der Grund ist, es macht Spaß Ich habe gesagt, einen guten Grund So, und jetzt rennen wir auch nochmal In das Aranestro rein Die Frames droppen die ganze Zeit Okay, ist es das Oder ist es Kein anderes Okay Äh, bevor Ist hier noch irgendwas verstecktes? Anscheinend ist das das Ende Ist das dann der Wischiwaschi Kampf Wischiwaschi ist so viel geiler der Name Ich dachte gerade, es gibt andere Z-Attacken Aber die bringen der ja in Home nichts Ja, vielleicht Das habe ich mir auch gedacht Vielleicht sammle ich alle Z-Attacken Gibt es Z-Attacken, die es nur in Sonn und Mond gibt Und nicht in Ultra Ist das unser zweiter Herrscher? Weil wir hatten schon ein Was? Das ist aber Fake Nein, 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 nein Das wird jetzt gefressen Vom riesigen Was? Warum bildet sich ein Was? Warum bildet sich ein Schatten von einem Und dann kommt ein Aranestro Was? Ist hier in Nicht-Ultra Ist hier ein Wischiwaschi Ist doch voll komisch, dass es jetzt Aranestro ist Was ändert sich noch? Das wird jetzt gleich gefressen Hallo? 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 Was? Oh Gott NS-Embass Wischiwaschi Ja Ist aber komisch Weil der Schatten ist der gleiche Das heißt Sie haben es geändert Aber sie haben nicht die Cutscene geändert Weil es bildet sich ein Schatten Von einem Loserdin Und dann kommt Aranestro Was ist das? Komisch Oh, wie soll ich das schaffen? Hallo Ulden-Bullen Gehe ich auf klein oder gehe ich auf groß? Auf klein Hey, 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 hey Hey, 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 hey Dankeschön, Mariko Hallo? Hallo? Warum ist Blubber so stark gegen Käfer? Elektro? Hallo? Das ist doch ein Scam, dieser Kampf Okay, ich nehme alles zurück Es ist nicht geschenkt Was ist denn das? Die letzte Prüfung Hatte ich zur Weißglied getrieben Ultra Ultra Necrozma Oder was das war Hallo? Warum ist Blubber so stark gegen ein Flug-Pokémon? Was ist dieser Herrscher? Wenigstens bin ich schneller Ich habe noch eine Chance Wenn ich Beleber einsetze Schabe ich es locker Es ist eine Überraschung Das finde ich aber echt dumm gemacht Ich meine Ultra Sonnen, Ultramond sind ja super schlecht bewertet Von Fans Trotzdem tauchen immer so viele auf Die es geil finden Ich glaube wegen solchen Sachen, oder? Weil es einfach Verschlimmbessert wurde Okay, okay, okay Ich mache Beleber Kein Bock den ganzen Weg nochmal zu gehen Und das unterscheiden die hier auch zwischen Was ist denn dieses? Fangbon Statuswertebon Diese Rotarmkraft bewirkt, dass im Kampf Die Statuswerte der eigenen Pokémon Auf der Mitstreiterseite erhöht werden Was ist das denn für ein Quatsch? Okay Wo sind meine Beleber? Hier Ich finde komisch, dass Beleber als Status Heilmittel gilt Anstatt als Heilmittel Aber das haben sie schon immer so gemacht Ich finde es einfach nur seltsam Aber ich muss SM Nicht noch wegen Sigart spielen Ich glaube nicht Warum? Erkläre Erkläre mir Warum? Warum? Warum ist da ein dummes Geweiherding? In den Ultraspielen sind alle Z-Steine erhältlich Schau Easy Ach, was macht denn jetzt das Maskaregen hier? Der Status des Pokémon ist besiegt Ja, ich weiß Aber es ist kein Status Ist tot Komm, ich bin schneller als Maskaregen Nice Gib ihm Nice Ist der Kampf jetzt vorbei Oder muss ich Maskaregen besiegen? Ich muss Maskaregen besiegen, oder? Ja Oder hat das in dem Game auch Scharwandel? Warum sollte Sigart Die Ultraspiele sind eine Kopie von den normalen Spielen Nur, dass es mehr gibt Also warum sollte Also es kann sein Ich weiß es nicht Aber warum sollte es In Ultra nicht das Scharwandel Sigart geben? Komm, komm, komm Volltreffer Pflüger Okay Stimmt Ich hab vergessen, dass ich jetzt langsamer bin Macht nix Ich bin paralysiert Das macht Spaß Das macht Spaß Immer diese Stati Hallo Shrik Nice Es ist paralysiert Ist ja nicht so, als ob der Kampf nicht sowieso schon Quatsch ist Beiß jetzt Pflück ihn Pflück ihn Pflück ihn hart Härter Nein Nicht hart genug gepflückt Komm Ich halt ihn aus Oh Und jetzt pflück Ich bin paralysiert So ein Bullshit So ein Quatsch Soll ich mich jetzt auf Megunio verlassen? Ich hab ein Megunio More Ich pflück jetzt Ich seh es nicht, einen Tränke einzusetzen dafür Kann der Megunio mit einem Schlag töten? Meine Megunio ist auf 17 Maskerregen ist auf 18 Welche Attacke? Das ist ein normales Pokémon Du hast nichts Du kannst keine Kampfattacke Maskerregen Du kannst keine Kampfattacke Kann ich doch nur Rückzug geben Ist Verfolgung nicht immer als erstes? Wie geht das? Geht es hier, dass ich irgendwie eine Attacke mir anschaue? Select Start XY RL Ich kann mir nicht Attacken anschauen, bevor ich sie einsetze Warum steht dann da? Ah, vielleicht muss ich Oh Ne, L und A geht nicht Ich muss mit der Maus Also mit dem Finger auf den Touchscreen klicken Auf dieses Ausrufezeichen Die Attacke richtet beim Ziel doppeln Schaden, falls es ausgetauscht wird Achso, das war Verfolgung Ne, ich mein Wie komm ich hier wieder raus? Na dann mach ich Tackle Komm schon, Megunio Stache Spore Nice Paralysiert Und? Ne Megunio, der neue Held Dieses Teams Du besiegst Aranestro Megunio hat nicht Aranestro besiegt Aber okay, geben wir ihm das Rampenlicht Darf man hier ein wenig dunklen Humor einbringen Du darfst machen, was du willst Aber du musst auch die Konsequenz tragen Nachdem du machst, was du willst Mauslo Dankeschön für elf Monate Endlich Alola Schau, Mauslo mag auch Alola anscheinend Dankeschön für elf Monate Ich bin beeindruckt Komm, komm her Okay, Tracy Warum haben wir den Schatten von einem Loser-Dean gesehen Und dann kam da ein Aranestro raus? Erkläre deine Prüfung Erkläre deine Prüfung Gen 7 war super Habt ihr nicht gerade gesehen, was passiert ist? Da waren Schatten von einem Loser-Dean Und es kam ein Aranestro raus Pokémon hatte noch nicht mal Bock Den Schatten von einem Pokémon anzupassen Ich bekomme eine Angel Sehr gut, sehr gut, sehr gut Selbst die Angeln kriegt man jetzt im Story-Verlauf Candy Du bist ein Schwalbini Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Garret aus dem Land gezogen habe? Tö Äh, wirklich Ja, ja, so war das Oder auch nicht Oh mein Gott, ich hasse jeden Charakter bis jetzt Du bist bestimmt sehr erschöpft Soll ich dich jetzt im Pokémon Center auf Route 5 zurückbringen? Ja Oder hätte ich jetzt hier noch Ah, ich brauche eh Pokébälle Hast du den Mogelbaum bei der Ohana Farm gesehen? Die kleinen Racker waren umgezogen Also habe ich meine Aquium-Z ausgepackt Und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben Okay, 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 Z-Kräfte Das wusste ich tatsächlich nicht, dass Mangos Spektor einen Schlitz im Ohr hat Ich bin tatsächlich gerade dabei, den Alola-Decks zu vervollständigen Das tut mir leid Ganz viel Spaß dabei Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe Gib mir Pokébälle Wie viel Geld habe ich? Drei Millionen Ne 57.000 Hallo JJ Soll ich da jetzt zurück und einen Loser, den fangen? Sind die da einfach im Wasser? Wahrscheinlich Wahrscheinlich sind sie auch hier im Wasser Kann ich hier angeln? Kapodor Kann ich hier jetzt? Okay, ist wie ein Schwertenscheld Dann kommen die Wulpikse Ich werde versuchen, jedes Wulpiks zu umgehen Ach, schwach Jetzt sagt ihr mir, das ist ein 1%-Mann Warum ist Barschweil hier so einfach zu finden? Wird einem Barschweil hinterhergeschmissen in diesem Spiel? Besiegend Ich habe ihn schon dreimal, drei, viermal vollständigt Aber komplett von Null anzufangen, zieht sich echt lange Ja, 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 glaube ich Okay, ich kann hier immer wieder Das ist alles Nicht Gen 7 Naja, wenigstens kriege ich sie so in den Pokédex Und mir wird angezeigt, welche Attacke sehr effektiv ist Und XP Aber stimmt, wenn ich mein Team bis jetzt so anschaue Und was ich haben will Dann habe ich kein Wassermann Also vielleicht tausche ich jetzt Mangunior gegen Lusadin ein Dann kann ich mit Lusadin zumindest Gegen die Feuerprüfung kämpfen Aber ich habe auch Pampoli Pampolis Boden Damit kann ich auch die Feuerprüfung bestehen Aber Lusadin ist cooler als Mangunior Kann ich gegen dich kämpfen? Was würdet ihr denn für ein Team machen? Oder was hattet ihr für Teams in Gen 7? Lolo Lono Schmerbe Im Hohen Gras beim Plätscherville gibt es auch Arakwa Ich will aber Lusadin Ich will aber Lusadin Hallo Marco Wulpix und Amphira Amphira wäre cool Aber Pampoli ist glaube ich stärker und Nicht cooler, aber süßer Und Wulpix ist auch Feuer Ich brauche kein Feuer im Team Die drei Starter Okay, warte kurz Ich habe eben geschaut In Usum ist die Chance Bei Stellen mit Luftblasen 10% auf Barshow 1% bei Stellen ohne Luftblasen Ah, okay Aber trotzdem Allerste Angelstelle Und direkt 10% Barshow Wulpix ist Eisfee Also doppelt gut gegen Drache Ja, vielleicht hole ich mir Wulpix Eisfee Aber Eis ist nicht die beste Der beste Typ Fee ist cool und so Aber mit Eis hat Wulpix So viele Schwächen Wobei die Feuerschwäche ist weg Ich finde Wulpix So lame Halula Knogga ist verdammt cool Das ist Stein Geist, oder? Halula Knogga wäre sehr cool Wenn man das einfach so kriegt Das muss ja irgendwie besonders sein Feuergeist Ah, dann habe ich nochmal Feuer Pampoli mit Feuer Boden ist schon sehr geil Weil Boden ist sehr hilfreich Sehr oft Feuergeist Am coolsten wäre ein Team Mit allen Halula-Formen Deckt das viel ab Pampoli ist nur Boden Aber Pampros ist Bodenfeuer, oder? Ist Pampros auch nur Boden? Pampoli ist immer noch nicht Feuer? Ihr müsst es mehrmals schreiben Halula Sandama Wäre eine Möglichkeit Hat Stahleis Auch nur Boden Dann klingt auf einmal Halula Knogga sehr cool Ach, nein Ja, Mimikma ist, glaube ich Hol ich mir Ist Mimikma nur Geist? Oder Geist Unlicht, oder so? Was machst du? Halula Slymog Gift Unlicht Ach, stimmt Mimikma ist Geist Ist Fee Stimmt, stimmt, stimmt Ah, wir gucken mal Es gibt Hier auf jeden Fall Finde ich das Ich habe das Gefühl Es gibt mehr coole Pokémon Als ich im Team haben kann Es wäre schon cool Ein komplettes Halula-Team Auch mit Kokowai Und so Aber Geowatz ist immer noch mit Tausch, oder? Oder geht hier Geowatz anders dann? Ne, ist bestimmt auch Tausch Wer ist mit Alola? Ja, Alola Kokowai ist cool Aber wenn, dann muss ich echt Alle von meinen Pokémon raushauen Weil ich habe hier Flug Pflanze Oh, fuck Ist da Thierry normal? Ja Warum ist da Thierry so schwer für mich zu besiegen? Es ist doch nur ein kleiner Fokus Hallo, I am Shadow Ist mir Mimikma OP? Ich finde Also Mimikma brauchen wir auf jeden Fall Wegen Fee allein und Und Geist Und das ist das Gen 7 Mon Ich will auf jeden Fall Mein Mabula behalten Weil der Käfer ist einfach geil Und das ist Elektro-Käfer Und kann Akrobatik Hallo So, gibt es hier keine wilden Mon im Wasser? Muss ich angeln? Kann nicht sein Oh, geil Oder ist es nur hier wegen der Prüfung? Oh, dauert es lang? Grandiras Niemals werde ich Grandiras in mein Team tun Dieses hässliche Pseudo-Ding Widerliches Grandiras Ich möchte behaupten Eines der hässlichsten Pokémon Die jemals kreiert wurden Aber sowas muss es auch geben Aber ich finde es Okay, wie Fange ich dich? Blatt weg Komm, Ara Araqua Du hältst das aus Ich sehe gerade Gen 7 Gen 7 hat die wenigsten Monst Von allen Gens Mit 70 60 oder so Danach kommt Danach kommt Gen 6 Und dann kommt Gen 8 8 hat 80 Monst Und ich glaube Gen 6 hat 77 Und Gen 7 hat 70 Oder so Gibt es hier Ah, es gibt eine Abkürzungstaste Okay Die Pokéball-Abkürztaste Dafür gibt es zu viele Ultrabästien Ah, Ultrabästien sind cool Mosquito Unser erstes Araquara Oder Aquara Araquara Schön schon Oder du probierst den Brutalander-Hilferruf Ah, Brutalander ist Gen 5 Ne, Gen Was ist Brutalander? Gen 3 Brutalander Also ich will irgendwann Dieses Level 10 Brutalander haben Und das holen wir uns Aber nicht für den Durchlauf Der Durchlauf wird nur mit Neuen Pokémon gemacht Und Brutalander ist nicht sehr neu Die Ultrabästien im Pokéball-Fang Wird dich arm machen? Warum? Ich kann mal gucken Ich hab das nicht geschaut Aber Was die Catchrate ist Von Ultras Ich kann doch nicht schlimmer sein als Von einem Legi Zum Beispiel Gaslord Gaslord im Pokéball hat eine Wahrscheinlichkeit von 2% Das ist doch nicht schlimm Ein HP 5% Im Schlaf 10% 10% ist doch nicht schlimm Oder was Weiß ich nicht Warum dauert es so lange Bis Wasser-Pokémon kommen? Und wie kommt ein Loser dienen? Ich find Tukannon ist der coolste Anfang und stärkste Starter-Vogel Ja Ich mag ihn auch Und ich wollte es auch im Team haben Aber eigentlich ist es Quatsch Weil das ist nur Flug Vielleicht auch normal Keine Ahnung Aber mein Starter ist auch Flug Ich brauch nicht noch einen Flugmann im Team Aber auf der anderen Seite Mein Starter ist halt Was ist das eigentlich? Ist das Pflanze-Flug Oder wird das Flug Geist Silvaro ist doch Geist, oder? Oder kann es nur Geist attacken? Ist Silvaro gar kein Geist? Musst du angeln? Vielleicht Wird Flug Pflanze Pflanzegeist Pflanzegeist Es verliert Flug Okay Oh, nice Es verliert Flug Dann brauch ich ja doch einen Tukannon Ich bin noch nicht Ich hab keine Ahnung Wie mein Team aussehen wird Es verliert Flug Aber kriegt Geist Das heißt, ich hätte mit Mimikma Zwei Geister dann Ich kann mir auch vorstellen Dass ich den Starter einfach weg tue Aber der Starter Das wäre so ein Quatsch hinweg zu tun Starter sind immer das beste Pokémon Um das Spiel durchzuspielen Ladevorgang ist glaube ich Nicht so wichtig, oder? Da schreibe ich schon die ganze Zeit Dass es Geist wird Ja Was soll ich denn tun? Ich heb die Stärke für die kommende Elektroattacke an Und erhöhe die Spezialverlegerung Niemals lerne ich das Passiver Dreck Ich bekomme Loser Die nur im hintersten Bereich Let's go Wieso ist Pampros Kein Kein Feuer Pokémon Pampros sieht doch aus Das ist wie ein Feuer Pokémon Also Knogger ist wieder auf dem Tisch Und Amphira ist auch wieder auf dem Tisch Dann Aber Feuer ist jetzt auch nicht Das Wichtigste Feuer Es gibt nicht so viele Sachen Die gegen Feuer Schwach sind Pflanze Stahl Fertig Oder? Käfer Soll ich hier angeln? Ich kann den Starder gegen Kokowai austauschen Eis Okay Was ist denn das hier für ein Loch? Was ist denn das hier für ein Loch? Was ist denn das hier für ein Loch? Geil Was ist denn das hier für ein Loch? Ein Gott geangelt Und dann getötet Was wird gesucht? Loser Dean Red Face Du bist ein Parasek Ah Wenn die Blasen weg sind Beißt langsam was an Ey Das wird einem alles nicht erklärt Oder? Okay Okay Dann gehe ich langsam zum anderen Loch Vorsicht 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 Ist Marmolida Gen 7? Moment mal Ist Marmolida Gen 7? Oder Gen 5? Marmolida ist Gen 7, oder? Ne Knirrfisch ist Gen 7 Marmolida ist Gen 5 Weg mit dir Weg mit dir Stirb Stirb Knirrfisch ist doch das Marmolida aus Gen 7 Wir suchen Wo ist es überhaupt? Hier Das suchen wir Mann ey Sehen wir uns sicher Dass Loser Dean Hier auftaucht Die längste Angel der Welt Alles Scam Alles Scam Alles Scam Alles Scam Bist du im Herrscherbereich? Ja Sehr fette See Vielleicht muss ich Sonne und Mond spielen Um den vollen Genuss Vom Erklären zu bekommen Genau Genau 40% an nicht blubbernden Stellen Nicht mal ein alter Stiefel hat angebissen Ja Ist aber sehr alt der Spruch, oder? Ist krass wie wenig Pokéon aber allgemein im Wasser überhaupt erscheinen Das dauert echt lang bis überhaupt was kommt Aber 40% Achso, oder geht's hier noch weiter? Ne, das ist der große Bereich Ja Haben die das echt angepasst? Dass beim Surfen weniger wilde Mons kommen Weil das die Leute so gestresst hat? Du musst schon angeln Ich bin verwirrt Anleitung Ungenau Streamer verwirrt 40% angeln oder nicht angeln 40% an blubbernden Stellen An nicht blubbernden Stellen Achso Es soll nicht blubbern Aber es muss an der Angelstelle sein Achso Okay Ist ja alles logisch 40% an nicht blubbernden Stellen Angeln Das heißt, die unterscheiden zwischen blubbernde und nicht blubbernden Eieiei Okay Nicht blubbernde Stellen Verschwinde blubbel Verschwinde Und Karpodor irgendwie trotzdem 300% oder? Ich muss mal gucken, was es alles für Z-Attacken gibt Gibt es eine Garados Z-Attacke? Dann kann ich ja auch direkt einen Karpodor fangen Z-Attacken Normium-Z oder was? Nee Z-Rings Z-Attacke Z-Kristalle Z-Kristalle Okay Im Moment hat jedes Pokémon eine Z-Attacke Nee, oder? Nicht jedes Pokémon hat eine Z-Attacke Ich kenne nur die Meme, dass Relaxo mit Z-Attacke diese krasse Renn-Attacke macht Jeder Typ und bestimmte Mons Ist nach Typ Genau, ist nach Typ Ich weiß, es gibt die Typen als Kristalle Aber nicht jedes Mon hat eine spezielle Z-Attacke Wo sehe ich die Mons, die alle eine Z-Attacke haben? Raichunium Was? Ah doch, es gibt auch Pokémon-spezifische Kristalle Wie zum Beispiel Grandirasium Oder Lunalium-Z Solgalium-Z Gibt's auch alles Ultranecronium-Z Gott, oh Gott Dann 17 Pokémon-spezifische Ja Achso, jeder Typ hat eine Z-Attacke Das heißt, wenn Ah, gibt's nicht auch Silvaro Sylvaronium-Z ist eine Extra-Attacke Deswegen kann er diese Geist-Pfeil oder sowas Hier ist unser Loser-Dean Level 11 Ich hab Angst, eine Attacke zu machen Ich mach Ich schmeiß Bälle einfach Okay, das heißt, es gibt quasi die Feuer-Z-Attacke Das heißt, wenn ein Feuer Wenn ich die Feuer Den Feuer-Z-Stein Ein Pokémon gebe Kann dieses Pokémon die Feuer-Z-Attacke einsetzen Aber es gibt auch Relaxonium-Z und das ist dann eine Special-Attacke Die nur Relaxo kann Ich verstehe, ich verstehe Das heißt, es gibt die allgemeinen So wie Giga-Attacken Also es gibt nicht jede Attacke als Giga Sondern es gibt Jeder Typ von einem Giga Wird zu einer bestimmten Giga-Attacke Ich verstehe Ich verstehe Okay Okay, okay Hast du schon mal was gelernt? Nein! Das ist keine Hilfe aufgetaucht Du bist so ein Loser Und die Pokémon-spezifischen Sind auch attackenspezifisch Das heißt Es reicht nicht Es reicht nicht Es reicht nicht Silvaro-Z zu haben Ich muss auch die Silvaro-Attacke haben Die Silvaro-Z Triggert Hallo, hallo, hallo Ich habe Angst, ihn umzubringen Komm Ruf um Hilfe Dann kann ich an deinen Freunden testen Hallo, hallo Ich liebe Wischibachi Er ist so süß Rechte Hand Dieses Tier ist leider so ein Aber Der Inbegriff von Enttäuschung Klick Klick Vielleicht brauche ich doch ein Fang-Pokémon Ich wollte jetzt ein Wasser-Ding haben Falls Ampuli nicht reicht Für den Feuerherrscher Den ihr mir gespoilert habt Ihr seid schuld, dass ich mich jetzt vorbereite Auf die Feuerprüfung Bekommt Hilfe Es ist keine Hilfe aufgetaucht Loser-Ding ist echt ein Loser Krass Aber es ist Cool genug Um nicht in den Ball rein zu wollen Oh mein Gott Okay Ich habe Angst, es umzubringen Ich will nicht nochmal danach suchen Ich kann Tackle machen oder sowas Aber das bleibt jetzt einfach drin Lernt der Truckschlag um Gesichte? Silvaro Dann freue ich mich darauf Ähm Mangunior Ich will nicht, ich habe ein weibliches Mangunior Das muss ja eh weg Warum Volltreffer? Ich habe ein scheiß Tackle Dieses Spiel Ich habe doch gesagt, es ist scheiße Ja, warum hat Loser Wieso wird Loser-Ding eigentlich nicht zum Schwarm? Wird es nur zum Schwarm, wenn es die Fähigkeit kann? Lass mal kurz Loser-Ding googeln Loser-Ding Kann nur die Fähigkeit Fischschwarm Es gibt gar keine Spezialfähigkeit oder sowas Also jedes Loser-Ding sollte zur Schwarmform werden Das heißt, Wilde machen das einfach nicht Kann es vielleicht sein, dass Wilde es nur machen, wenn mehr außenrum sind Deswegen macht es die ganze Zeit SOS Hallo Scoutly Wilde eigentlich auch Aber vielleicht nur, wenn mehr auf dem Spielfeld sind Männchen Männchen Und es ist sogar Level 14 So, ich mache jetzt nochmal Tackle Bei einem stärkeren Loser-Ding Wenn das jetzt wieder ein Volltreffer ist Oder habe ich sowas wie Adlerauge, was meinen Volltreffer erhöht? Nee Oh mein Gott Boah, das Tackle ist so stark Loser-Ding, was ist mit dir? Aber so, und jetzt kommen 5 oder so Oh mein Gott Tatsächlich Ich kann jetzt nicht fangen, oder? Das geht jetzt nicht Ja, das geht nicht Die wollen mich doch verarschen Woher weiß ich jetzt, welches Loser-Ding Ich sehe es Achso, wegen links und rechts sehe ich es wahrscheinlich Aber wenn es 5 Stück sind Sehe ich es trotzdem wahrscheinlich Je nachdem, wo sie stehen Aber da steht nicht sowas wie Loser-Ding A, Loser-Ding B Am Geschlecht sehe ich es, ja Aber wenn da 5 Männchen stehen Woher weiß ich, welches ich angreifen soll? Oh, in der Position wahrscheinlich Loser-Ding macht die Schwarmform S-Sub-Level 20 Okay Auch lustig Es sind immer nur 2 Kann, war es echt? SOS ist immer nur mit Es kann immer nur 1 zusätzliches rufen Pokémon kommen eher zur Hilfe Wenn es low ist Ah, ja, ja, ja Okay, jetzt können wir hier raus Jetzt haben wir Loser-Ding Wir können noch ein Ein Araqua suchen Es kann echt nur 1 kommen Ich dachte, das sind so richtige Schwärme dann So 5 Stück sind Okay, das sind Schwärme Das heißt, wenn ich das mit Brutalander machen will Muss ich 1 Kindwurm Finden Oder was auch immer Erst in den roten Bereich bringen Und dann So lang, dass andere killen Bis endlich ein Brutalander kommt Mit einem Zeitorb kann man sogar herausfordern Dass Pokémon zur Hilfe kommen Viel Spaß beim Gastella-Hunten Was ist an Gastella so schlimm? Kommt, ist selten Version Dex Gen 7 Nach 2 Stunden gecancelt Nein, jetzt ist alles wieder gut Das Loser-Ding war nett Man muss ein Corazon finden Wie wenn Ich muss ein Corazon finden Und das ruft Gastella zu Hilfe? Kommt, selten bei Hilferufen von Corazon So krass versteckt haben die ein Neues Gen 7 Mon Krass Alles cool So was mag ich So was muss es viel häufiger geben Willst du dir wirklich ein 1% Kindwurm Und darauf ein 1% Brutalander antun? Ja Ich meine, sobald ich das 1% Kindwurm habe Habe ich es ja Dann habe ich nur Dann muss ich halt Angst haben Dass es sich selbst umbringt Mit Verwirrung Warum? Hallo, ich bin geflohen Hallo, ich bin geflohen Hallo Warum scheitert meine Flucht? Weil ich schlafe? Seit wann ist das denn so? Okay Da gibt es Möglichkeiten um das zu verhindern Das dachte ich mir eben Weil es gibt Möglichkeiten um zu verhindern Dass das Pokémon überhaupt AP verliert Oder beziehungsweise um es zu heilen und sowas Das ist doch cool, dann freue ich mich da drauf Das sind doch wenigstens mal Taktiken Die man anwenden kann Anstatt einfach nur Fangen, 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 fangen Okay, Gastella ist cool Jetzt noch ein Araqua bitte Nice Männchen Nice Dann überlebst du ein Blattwerk Weil du ein Käfer bist Oder ich schlafe Eben, das heißt ich suche mir einmal das 1% Kindwurm Und dann warte ich halt auf das 1% Brutalander Ist dann dieses 1% nur auf Ist dann das 1% nur Weil ich will das Ich will das schwächste Brutalander, was geht Was glaube ich Level 10 ist Ist die 1% auf das Level 10 Oder kommt bei 1% Level 10 bis Level 20 Weil dann wird's krass Und da ist das So, noch ein Käfer brauche ich nicht im Team Deswegen Aranestro machen wir nicht Brauchst aber Zitter-Obs für Kindwurm Ich mach das eh erst Wenn ich das Spiel durch hab Dreimal durch hab Viermal durch hab Weiß nicht wie oft So, muss ich jetzt da zurück Wo geht's jetzt weiter 1% bei 10 bis 20 Level Uff Uff Das heißt Je nachdem ist es ja fast so wie bei Karpador und Garados Dass ich Ich muss hoffen auf die 10 bis 20 Zu treffen Und dann muss ich hoffen auf das 10 Und wenn das gleichmäßig verteilt ist Das ist 1% mal 10% So Wie Select Ja Ich nehm mal Luzadin ins Team Das Mangunio ist eh weiblich Das heißt Weg damit Das sind all die Mons Die ihr mir geschenkt habt Die sind auch da Aber ich werd sie nicht benutzen Natürlich Gemeinliches Mabula Das heißt ich hab 3 Mabula Dann kann ich die abkreuzen Sind das auch meine Ja das sind alles meine Okay Sind das auch alles meine Ja Okay dann kreuze ich alle 3 Mabulas ab Aber Aber Mangunio brauche ich nicht abkreuzen Dann außer Hier sind welche von mir Das sind alle nicht meine Hier Ein Mangunio von Julian Shoutout Julian Das ist ein weibliches Mangunio Das hier ist ein Orlando U.S. Mangunio Okay Das sind noch shiny hinten Nein 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 Okay Wo ist jetzt Route 6 Wir kommen langsam voran Aber dafür haben wir schon ein paar Pokémon Ich hab ein Farbeagle gebaut Welches eine Yonagobeere Dem anderen Pokémon geben kann Und diese ständig recyceln kann Dann ist aber nervig Yonagobeeren zu farmen Weil die sind Glaub ich selten Wo Gibt es eine Karte Eine Möglichkeit Eine Karte anzuschauen Muss ich da drauf tappen Glückwunsch Für bestanden Wasserprüfung Weiter geht es über Route 6 Ja Ich will gucken wo Route 6 E ist Da Wahrscheinlich Hoch Okay Das war schon richtig Aber da Da ist ein Da ist ein Da komme ich ja nicht hoch Wo gibt es eine Karte Rotum anklicken Der Der Ah jetzt Ah jetzt Wo er aufhört Hat zu reden Ja das ist Pokédex Das ist Pokédex Ich will nicht Pokédex Ich will eine Map Glückwunsch Bestanden Wasserprüfung Okay Rotum auf der Karte Anklicken Hier ist kein Rotum Auf der Karte Ah doch Hä Was habe ich jetzt anders Geklickt Kann ich zoomen So Ah 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 Okay Akala Route 8 Route 5 Route 8 Route 4 Route 6 Ich soll komplett zurück Hier soll ich hin Also ich gehe alles wieder zurück Okay Ich weiß nicht was ich jetzt angeklickt habe Ich glaube ich habe aufs Pokémon Center geklickt Damit das passiert ist Davor hatte ich irgendwo hingeklickt Hallo the Lord Scharfzahn 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 Dankeschön Hier lang also Aber hier sind Mogulbaume im Weg Oh oh Mogul Okay Scharfzahn Vielen Dank für neun Monate Oh hier sind die Ultra Menschen Die rechts sieht bisschen cool aus Warum haben sie die nicht in Pokémon Go benutzt Wie Übrigens Leute Was für ein Beschiss Ist eigentlich das Giga In Pokémon Go Wir haben uns so geärgert Als wir am Wochenende draußen waren Und gespielt haben Was für ein Dreck ist dieses Giga Ding Sie geben sich als Bäume aus Um nicht mit Wasser Das sie hassen begossen zu werden Eine faszinierende Strategie Genau wie unsere Forschung ergeben hat Kommandant Sionir Kajonir Wir müssen über Pokémon Bescheid wissen Wenn wir Pokémon Kämpfe gewinnen wollen Sind die aus dem Weltall? Es besteht jedoch weder Grund noch Notwendigkeit Die uns nicht vertrauten Pokémon Alolas einzusetzen Wenn ich bitten dürfte Mirin Jawohl Wärst du bereit mit Gegnern in einem Pokémon Kampf zu sein? Nein Ich würde einen Kampf gegen dich wirklich sehr begrüßen Ich werde hier warten Mal schauen wie die Giga Pokémon in Go ab morgen sind Es ist so ein Beschiss Dass du die Aufgabe kriegst Zehn Kraftquellen zu besuchen Du kannst aber nur 400 Oder 1000 Punkte Am Tag sammeln Beziehungsweise Dann Musste die Punkte Wieso hat die ein anderes Leggy? Was ist mit diesem Spiel? Leggies bedeuten wohl gar nichts mehr in diesem Spiel Was ist denn hier los? Typ 0 Die andere hat Winikro Tch Schmeißt die Leggies in den Club und schrei Scam 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 Wow Einfach ausgeben Ja ich weiß Du musst die Gigapunkte Einfach Du musst die Ja Die Kraftpunkte Einfach ausgeben Um mehr Kraftpunkte sammeln zu können Aber ich kann Kraftpunkte nicht wegschmeißen Das ist so ein Bullshit Ich muss Kraftpunkte ausgeben Damit hätte ich kein Problem Aber ich kann nur Kraftpunkte ausgeben Wenn ich sacken viele Bonbons von Pokémon ausgebe Ich hab immer noch nicht 10 Kraftwellen Kraftquellen besucht Weil ich nicht genug Bonbons habe Um mein Volley zum 5. Mal hochzuleveln Was ich noch nicht mal benutzen will am Ende Warum will ich denn ein Gigawolley? Die zwingen mich ein Gigawolley hochzuleveln Mit 300 Bonbons Das ist so schlecht gemacht Und so dumm Anstatt dass sie einfach Entweder mich unendlich viele Kraftquellen besuchen lassen Oder sie sollen halt einfach Das als Item machen Das ich wegschmeißen kann Lass mich halt einfach Punkte wegschmeißen Das ich weiter Kraftquellen besuchen kann Das ist so dumm gemacht Und dann Und dann Was passiert dann morgen? Dann ist dann so eine Kraftquelle Ein Pokémon Okay und dann kämpfe ich da mit meinem Volley Mache es Giga und besiegt es Toll Und dafür habe ich 500 Volleybonbons benutzt Die ich mühvoll gesammelt habe Widerwillig So ein schlecht durchdachtes System Warum ist Renikro so stark? Ist das ein Leggy oder was? Was ist das überhaupt? Drache? Nur Drache? Drache Blut Das geht um Pokémon Scam Go Ja Hallo Markus Kann das mal Netter sein zu mir das Venikro? Gift? Nur Gift? Drache Gift oder? Nur Gift? Oh Hat ihn super dran Und danach kannst du das reinstellen Um Bonbons zu sammeln Mal sehen Ob das so sein wird Aber wenn sie das sagen Okay Ich verliere gegen dieses Venikro Krass Und nach dem Event kannst du die Dynamons auch nur als normales Pokémon nutzen Da man dann wieder Ja es ist auch so ein Quatsch Dass du nicht jedes Mon zu einem Giga machen kannst Lass mich doch Lass mich doch jedes Mon An einer Kraftwelle für viel Punkte zu einem Giga machen Anstatt dass ich das nehmen muss Was die Quelle mir gibt Ich meine selbst im echten Spiel kann ich Jedes Mon zu einem Giga machen Also Die Gigas haben Vor allem und dann Das System Dass nicht jedes Mon Giga sein kann Haben sie komplett um Haufen geworfen Weil Starter anscheinend Giga sein können Volli kann Giga sein Wobei ich weiß schon Jedes Pokémon kann Giga sein Aber Ja das hat eigentlich nichts damit zu tun Jedes Pokémon kann Giga sein Aber ich dachte halt Eine extra Giga Form Daran habe ich gerade gedacht Bin mal gespannt ob es die geben wird Aber wahrscheinlich Ah guck Bisher Nicht schlecht Ist er da mal stärker pro Kill Ja Wir kriegen das hin Aber ich hätte Dampf als machen sollen Vor Tür Jedes kann Dünner maximieren Aber nicht jedes kann Giga Dünner maximieren Genau Also nicht jedes kann die Form ändern Aber jedes kann Groß werden Ey Ich habe es gerade vertauscht Alright Das heißt all diese Sequenzen sind Zusätzlich zum Original gemacht Ich habe noch viel zu lernen Dein Z-Kraftring Sein Licht hat bei mir ein Gefühl der Nostalgie ausgelöst Könnte es sich dabei womöglich um das Licht seiner Lumineszenz handeln Das unsere Vorfahren sahen Wer weiß Das herauszufinden ist unsere Aufgabe als Ultra-Forschungsteam Hallo Tisi Also dieses Giga Event gerade oder Dünner Event macht null Bock Und sorgt nur dafür dass du heute wieder Dir wird das Spiel sagt dir Hey du bist zwei Kilometer gegangen Hier nimm ein paar Kraftpunkte Okay nice Danke für die Kraftpunkte Du kannst keine Kraftpunkte mehr heute haben Aber ich muss Kraftwellen besuchen Nein darfst du nicht Du hast genug Kraftpunkte Du hast sie mir gegeben Kann ich sie wegschmeißen? Nein du kannst sie nicht wegschmeißen Darf ich sie benutzen? Ja Okay benutze sie Gib mir auch 100 Volleybonbons Äh Ich habe nur 30 Dann fangen wir Bollys Hier sind keine Pech gehabt Ah Pampros Oh mein Gott Es ist gewaltig Was haben wir so alles in Gen 7? Alle Pokémon Aus Gen 7 Hier drüben Ich mit den verpixelten Augen Oh Rüppelarm Rüppelbesen wieder da Dreh uns nicht den Rücken zu Ey man ist das nicht der von Mele 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 Diese Pokémon sind gemeine Pokémon-Diebe Kennst du die etwa? Nein Das ist ein krass gelogen Mein Name ist Hapu Merkt euch das gefälligst Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal Dass auf offener Straße Pokémon-Diebe Ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir Los du übernimmst den da? Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job Wir wurden nur nach Akala versetzt Weil uns der da auf Mele Mele abserviert hat Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel Yo Ich fände es krass Dass man diesmal so richtig asoziale Dialog-Optionen nehmen kann Nicht super asozial Aber für Pokémon-Verhältnisse So, nö, wer bist du? Ich kenn dich nicht Genau, wo sind Rüpel A bis Z? Am Ende wird es zu so einem Zu so einem fetten Kampfspiel Wo du gegen 26 Trainer kämpfen musst auf einmal Oh, ich hätte jetzt ins Pokémon-Center gehen sollen Gibt es in der Lola irgendwas Spezielles zu beachten Oder bist du noch beim normalen Playthrough? Ich spiele das Spiel zum aller, 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 aller ersten Mal Ich habe keine Ahnung Aber ihr könnt gerne alles vorschlagen Was ich Cooles sammeln soll Dann kam Dynamics raus 2019 Dann ist ja Go noch schnell dran Mit 5 Jahren Verspätung Warum soll Go Hä? Das ist kein Kritikpunkt Warum soll Go Dünas einführen Wenn sie in Gen 8 rauskommen Wenn man immer nur der Loser ist Lässt man auch schon mal den Schädel hängen Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampros? Nur zu Diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft Boah, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo Kein Bock hier meinen Schädel zu riskieren Wie sagen die das auf Englisch? Mein Bro redet ständig von Schädeln Damit du ihn dir in deinen Dickschädel einhämmerst Merk dir gefälligst endlich, wer er ist Ja, er ist Rüpel A Wirst du alle Z-Kristalle holen? Ja Leo, ein guter Name I reckon, I reckon Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch Da steckt viel Herz drin Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs Unser Ziel zu erreichen Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe Sie ist, sie ist bestimmt Der Champ Achja, du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu Nö Aber gib mir dein Pampros Ob es in Go auch Z-Attacken geben wird? Vielleicht Go hat Galar einfach vergessen? Nee, ich mein jetzt ist ja klar warum sie Galar so lange herausgezögert haben Äh, weil sie halt ein fettes Ein fettes Event aus Dynamax machen wollten Ich mein, sie haben noch immer noch nicht alle Mega-Entwicklungen veröffentlicht Warum sollten sie denn Giga sofort rausbringen, wenn Mega noch nicht mal fertig ist? Oh, sie haben jetzt Giga rausgebracht Und Natürlich haben sie die Starter und Co. deswegen aufbewahrt Es gibt doch noch gar keinen Champ Weiß ich nicht Ich finde das ist die schlechteste Gen Du wirst wie ein Baby an die Hand geführt Kannst nichts anderes machen als dem Weg folgen Da der andere gesperrt ist Also das ist mit dem gesperrte Wege Das ist schon immer in Pokémon so Das haben sie das erste Mal in Gen 9 jetzt so gemacht, dass du überall hin kannst Sollen wir hier weiter? Ja Gladio Der Dom Royal Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lande ich hier Null Lass uns unsere Gegner in den Boden stampfen, bis wir stark genug sind, um andere zu beschützen Muss ich da jetzt auch rein? Okay Willkommen Ist das nicht, ich meine ich habe das Spiel nicht gespielt, aber es scheint mir so, dass das unser Professor ist Und ich sehe ihn nur von Weitem im Moment Aber sofort denke ich mir Das ist unser Professor, der sich verkleidet hat So wie auch in Gen 9 und in so vielen anderen Spielen und Serien Ich bin der Botschafter des Battle Royale, des glorreichsten Pokémon Kampfes überhaupt Man nennt mich Mask Royale Professor Hörst du mir denn nicht zu? Ich sage, man nennt mich Mask Royale Ich bringe Trainern den Battle Royale bei Ein Stil des Pokémon Kampfes, der seit Generationen in Anolo überliefert wird Beim Battle Royale Treten 4 Trainer Mit jeweils 3 Pokémon gegeneinander an Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon hat Ist der Kampf beendet Von den verbleibenden Trainern wird derjenige Wird derjenige zum Sieger gekürt Der die meisten Pokémon besiegt hat Und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon Wow Mask Royale Ich will auch mitmachen Bitte Ah Alles klar, du bist dabei Du da, du machst auch mit Und mit mir sind wir zu viert Gladio macht auch mit Also dann, beim Battle Royale warten Tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen Und ein großes Abenteuer auf dich Der Battle Royale geht los Auf die Plätze, fertig, Kampf Fortnite ist am Zittern In Sonne im Mond hast du wenigstens ein eigenes Abenteuer und bist kein Side-Character im eigenen Spiel Und hier kommen die Kontrahenten Jo, jo, jo In der grünen Ecke Leo mit Arboritos Bin ich in einer anderen Ecke? Je nachdem Welchen Starter ich wähle In welcher Ecke ist Gladio? Blau? Ach, es gibt gelb Die gelbe Ecke auch Aber das ist jetzt nicht ein Viererkampf Wie, wie, wie Was? Okay, wie geht das? Kampf Ähm Blattwerk gegen Marikek Wollander JFX jogo Wollander Wollander Wer Was ist Ihr Wollander Jos Plac!" Wollander Wollander they Ni Mann B J Wollander Wollander Rasierball geht auf alle drei? Echt? Ist das nicht Blättersturm, was du meinst? Aber okay. Der Kampf ist beendet? Wie? Gut, dass ich Tali gekillt habe. Na, wie hat's dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben und das Beste ist, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Ist es der Knoggertyp? Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Oh, es ist der Knoggertyp. Oder? Ja. Ich bin Kjave, der Feuerkäpt'n. Ich warte am höchsten Punkt des Wähler-Vulkanparks auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7. Wenn du deine Insel Wanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit. Leo, Tali, woher weißt du meinen Namen? Wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit eurem Pokémon zu trainieren. Wow, Mask Royale. Woher weißt du denn, dass wir die Prüfungen machen? Achso, du musst unsere Insel-Wanderschaftsabzeichen gesehen haben. Also ich genieße es ja so richtig, mich mit meinen Pokémon durch Alola zu kämpfen. Warum hast du denn beim Battle Royale mit? Ist das so eine Art Training für dich? Oder willst du vielleicht neue Freunde finden? Hm. Tö. Wer nicht stark genug ist, kann nichts und niemanden beschützen. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich will stärker werden. Also verschone ich mit deinem Geschwätz von Spaß und Freunden. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Das klingt aber hart. Jeder braucht auch Freunde, mit denen man Spaß haben kann und die für einen da sind. Dann gelingen einem auch großartige Sachen. Deswegen, liebe Kinder. Passt auf euch auf. Bis morgen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Deshalb werde ich weiterhin beim Battle Royale mitmachen. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. Hehe. Tali, du dummer Idiot. Was für Pillen hast du geschmissen, Leo Tendo? Vergleiche ich mich niemals mit irgendeinem Nto Tendo. Wer ist es? Ntendo, bitte. Rein. Das hat ein Schirm für dich erledigt? Okay, dann lese ich ab jetzt nicht mehr vor. Ich will auf keinen Fall diesen Eindruck vermitteln. Din, din, din. Niemals mit diesen Menschen vergleichen. Was ist hier? Rosa Nektar. Oh, das ist für unsere Bailonder. Ne, wie heißt sie? Ne, nicht Bailonder. Wie heißt sie nochmal? Hä? Wie heißen die Vögel? Was ist hier? Ein Foto? Foto Time! Choreoge. Genau. Wow. Aha. Stopp! Warum? Was? Das war's? Sagt einfach nur, guck mal, da. Okay. Oben. Was oben? Oben. Ich hab schon gesagt, ich suche die ganze Zeit nach dieser einer Bewegung, die Hop immer macht, aber Talia hat sie bisher noch nicht gemacht. Da ist ein Sticker. Wann hab ich vier Sticker gesammelt? Ich hab doch nur einen. Das ist der erste, den ich aufgesammelt hab. Okay. Mehrzahl von Choreoge ist Choreoge? Nein. Choreorgeln. Vela Vulkanpark. Also, hier bin ich richtig. Ich mach jetzt mal Lusadin an erster Stelle, um das bis dahin zu trainieren. Aber irgendwie wirkt es auch wie eine Verschwendung, Lusadin zu. Ich hab Lusadin als Backup dabei. Aber ich mach Pampros an erster Stelle. Pampoli. Wie tausche ich? Wie? Was? Pokémon Y. Was? Das ist viel umständlicher. Er sieht das fliegende Pummelhof nicht. Doch, aber willst du, dass ich... Willst du, dass ich einen Aufsatz drüber schreibe? Ein eigenes YouTube-Video über das Pummelhof mache? Ich hab Pokémon Snap gespielt. Da warst du noch... Keine Ahnung. Im... 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 Nicht geboren. Wo die Pummelhofs schon rumgeflogen sind. Ich bin so alt wie du, Leo. Okay. Ich hab schon Pummelhofs gesehen. Und du anscheinend nicht. Die können fliegen. Ne, was ist mit diesem Pummelhof? Das ist doch nichts Besonderes. Fliegt halt rum. Warum steht da eigentlich jetzt pflegen? Kann ich jetzt einfach auf pflegen drücken und mal eben zwischendrin... ...mein Pokémon pflegen? Was? Oder heißt das, dass ich direkt nach dem Kampf in den Pflegebildschirm komme? Warum? Tatsächlich. Oh nein, wir müssen es schnell sauber machen. Was? Oh mein Gott, so umständlich. Was? Bürsten. Ne, waschen. Was ist das? Was ist das? Was? Und wieder ein Pokémon-Spiel, wo man seine Pokémon nicht schlagen kann. Schade. Nicht vergessen, zum Statusveränderung wieder aufheben. Echt? Ich kann Paralyse wegstreicheln? Wie oft werde ich gegen den Herrscher verlieren? First try. Du hast ein Shiny Perlu. Herzlichen Glückwunsch. Akkischmacki. Um alle Herrscher-Pokémon-Sticker zu bekommen, musst du alle beide Ultra-Spiele durchspielen? Das ist der Plan, ja? Ich meine, wie kriege ich sonst alle Pokémon? Soll ich da runter? Geht zuerst da runter. Leichtstein. 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 Du bist... Leichtstein. Ist das ein Ast-Trainer? Wie? Ah, du hast mich nicht erschreckt? Ich bin immer... Ich hab... Augen im Hinterkopf. Ich hab gewusst, dass du kommst. Wo bekommt man in Ultraspiele eigentlich den Segat-Würfel? Weiß ich nicht. Ich hab gestern mit Angel in X angefangen. Mein viertes Schein hier bis jetzt. GG. Ähm... Wir können ja mal stampfen auf dieses wunderschöne Radio-Tier. Asch... Asch-Shit-Trainer. Blup. Kadabra. Was könnte denn das... Sagt es nicht. Was könnte der Herrscher sein? Amphira. Amphira... Warum war das so stark? Warum... Okay, warum schneller ist, verstehe ich. Amphira... Was ist denn noch Feuer? Amphira... Ich hab übrigens den hier auch. Es gibt nicht so viele Feuer-Pokémon. Es muss ja Amphira sein. Warum hole ich jetzt Lusardin? Ich kann... Amphira... Es gibt noch Amphira. Hä, ist Amphira das einzige Feuermann? Choriogl. Aber das ist sicher kein Choriogl. Ne, es wird Amphira sein. Finde los. Verdammt. Hilfe, 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 Hilfe. Es gibt noch ein altes. Aber die werden doch wohl kein altes Pokémon... ...in die Story einbauen. Das wäre doch voll langweilig. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, was jetzt kommt, wird ein Ruhrort. Ne. Graudorn kommt. Das ist noch nicht mal Feuer. Ultra Graudorn. Ein altes in neuem Gewand. Achso, also kommt Knogger. Tautonator ist auch Feuer. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist nur Drache. Nice Angel, sehr gut. Was ist das für ein... Für ein... Esser. Crocodile Dandy-Typ. Happy, du bist ein Simsalabim. Sim, Sim, Simbrim. 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 Simsabrim. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Akub nehmen. Silembrim. Gesundheit. Genau. Genau. Eigentlich muss ich zurück und mich heilen. Aber Knogger... Knogger ist auch Geist. Also kann ich ja hier mit meiner Unheilböe tatsächlich ein bisschen was gegen Knogger machen. Aber sobald es eine Feuerattacke macht, habe ich halt ein Problem. Pflücker? Ich meine, Pflücker ist glaube ich besser als Schnabel, oder? Schnabel, 35. Pflücker, 60. Pflücker. Der Oskar. Und es boostet einen Wert extrem. Jetzt spoilert doch nicht so sehr. Wart doch, bis ich da bin. Ich gehe wahrscheinlich eh den falschen Weg, ne? Warum war da eine Leiter? Das ist halt ein Knochenschädel. Hier im Gras war auch noch nichts Neues. Du, 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 ui, ui. Ach, das klingt sogar wie eine Ziehharmonika. Das ist mir nie aufgefallen. Akub klingt wie eine Ziehharmonika. Und Maurice, du bist eine Donnersichel. Wir wollen dich nur vor unnötigen Verlusten bewahren. Es wäre aber lustiger, wenn ich nicht weiß, was kommt und dann draufgehe. Hier kommt Tortunator. Nein. Ernsthaft? Sagt es nicht. Dann suche ich jetzt so lange im Gras, bis das 1% Tortunator kommt. The Lord, du bist ein Garados. Ich weiß jetzt schon, dass ich das Lied, was hier im Hintergrund läuft, definitiv im Video benutzen werde, weil es ist ein geiler Groove. Tortunator kommt erst auf Ula Ula. Okay. Ich gehe nochmal kurz da rüber, zur anderen Route. Da war nämlich auch noch jemand, den ich bekämpfen kann. Ist das nicht eigentlich exakt das Shirt? Weil das ist ja bekannt, dass wir in Legends Arceus sind wir, wenn wir der Typ sind, kommen wir aus Alola. Und wenn wir sie sind, kommen wir aus, nee, andersrum, wenn wir sie sind, kommen wir aus Alola. Knocker. Äh, Tragosso. Spielen wir denn gerade Ultrasonne? Nein, Ultramond. Kick. Schön mit dem Kopf kicken. Ja, ich würde auch sagen, Lunala ist das bessere Legi. Borka. Du hast auch Ultramond gespielt für Magiana. Stimmt. Äh, damit komme ich, warte mal, was habe ich denn eigentlich schon? Ich habe Taurus. Hey, ich komme da durch. Oh. Vital. Protonator gibt es in Ultrasonne. Schade. Fluffeluff. Ich habe hier eine Liste schon rausgesucht mit den Version Exclusives. Das heißt, hier sollte Tortunator stehen. Und hier steht Tortunator. Olde Sonne, ja. Brempa. Ultramond. Dafür kriege ich Shenlong. Shenlong ist cooler als Tortunator. Ich meine, Solga, Leo sieht auch cool aus und Shiny. Aber Lunala ist so oder so, egal wie es aussieht, so viel besser. Da ist hier noch irgendwas. Lunala sieht besser aus und Shiny. Ah, was passiert hier? Mein Bisspark ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es was gefunden hat. Es wird jetzt wohl den ganzen Weg bis zum Honano Resort nach Items absuchen. Okay, das heißt, ich darf da nicht lang? Okay. Ist okay. Shenlong war in Schwerdenschild eine Qual zu finden. Ja, so wie Moruda auch. Oder Tortunator ist auch auch selten, glaube ich. Tortunator verwechselt oft mit Furnifras? Wie kannst du Tortunator mit Furnifras verwechseln? Ich ramm da durch! Verdammt. Ich hätte gedacht, dass einfach eine Person sagen kann, nein, und Tauros hört darauf. Kaputt machen! Oh, das geht? Und jetzt? Haha! Herrscher-Sicker. Fortunator ist total underrated. Cooler Dude. Eins der nächsten Shiny-Ziele. Sehr gut. Allgemein, Gen 7 ist bekannt dafür, dass die Shinies alle wunderschön aussehen. Da haben sie sich nämlich richtig Mühe gegeben mit den Shinies. Äh, vor allem entsprechen viele Shinies der Realität. Wie zum Beispiel bei... Äh, was heißt wobei? Bei... Wo war das mit der, was so krass ist? Wie, äh, die Sandburg und dem Vulkangestein zum Beispiel. Donarion sieht aus wie eine Xbox. Aber ja, es ist geil. Taukanon ist schön. Ja, die sind alle geil. Koalilu. So, was ist die Aufgabe? Knogger Mensch. Ich bin's. Kiave. Zusammen mit meinem Knogger-Spoiler halte ich den traditionellen Tanz der Alula-Region in Ehren. Also meine Prüfung, weißt du? Damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich ihr natürlich trotzdem stellen. Schimpf, oder habe ich recht? Unbedingt. Meine Prüfung erfordert vor allem eines. Eine gute Beobachtungsgabe. Du solltest mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön. Möge meine Prüfung beginnen. Okay. Och, süß. Wie, wie unterscheiden. Weil ich hab... Warte doch kurz. Die Tanzpose soll ich mir gut einprägen. Okay. Ähm. Okay. Hm, was ist anders? Das hast du so gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Was? Was? Das war's? Und jetzt kommt der... Ist das schon der Herrscherkampf? Nee, es ist einfach nur ein Kampf. Schade. Das ist nur die Vorspeise. Das ist geil, wie es dauernd echt diese Bewegung macht. Das wusste ich gar nicht. Ich liebe Alola Knogga, aber ich hab's noch nie wirklich in Gen 7 gesehen. Das muss ein geiler Moment gewesen sein damals, als man nicht wusste, dass es Alola Knogga gibt. Das Knogga war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Und weiter geht's. Tanz Nummer 2. Okay, okay. Hey, 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 hey. Buh. Kann der Typ... Was macht der Typ da? Okay, hinten guckt nach rechts, unten guckt nach links. Das hinten hat den Stein, hat den, den, den Stab in der rechten Hand. Oh, verdammt. Ich seh' das Bild nicht mehr. Dude, ich seh' das Bild nicht mehr. Ah, hier. Das eine links unten hat gerade geblinzelt. Die blinzeln? Ach, ist ja lustig. Die stehen wirklich still. Ach so. Ach so. Ich glaub, die Pose vom Hinteren ist anders. Alt. Äh, okay. Na sowas, damit liegst du leider völlig daneben. Ich hab's nicht gesehen, tatsächlich. Weißt du, wie viele verschiedene Scheinigst du hast? Ja. Das steht überall. Im Moment hab ich 1202 verschiedene Scheinigs. 1202. Was ist jetzt an dem Kampf? Ist der Kampf jetzt schwerer? Oder muss ich halt jetzt nochmal extra einen machen? Das war der Typ. Der Typ war anders. Den hab ich ignoriert. Ich dachte, der Typ hat nix mit dem Ganzen zu tun, sondern gilt nur als... Als dummer Joke oder das halt... Das war mir klar, dass der Typ einen anderen Gesichtsausdruck hat. Aber es geht darum, die Knoggers zu beurteilen. Ich dachte, der ist da, um abzulenken. Das ist Quatsch. War's wirklich der Typ? Das ist Quatsch. Scheißspiel. Ich will mir noch ein paar AP aufsparen. Hör auf, mir Ratschläge zu geben. Ich bin der Poké-Profi. Wenn du deinem Tipp daneben legst, wird das Knogger böse und greift dich an. Also exakt das gleiche, wie wenn ich richtig liege. Okay. Ja, die stehen echt alle exakt gleich da. Der Typ hat nichts mit der Tanzpose zu tun. Wenn das die Lösung ist. Wenn das die Lösung ist. Dein Auftritt, Wanderer. So ein Quatsch. Es geht um Knogger. Der Mund. Oh, komisch. Blickrichtung war richtig. Weil der Blickrichtung war nämlich auch anders. Er hat in die Kamera geguckt und beim zweiten Mal hat er in die andere Richtung geguckt. Was wollt ihr mir noch für Tipps geben, die noch nicht mal stimmen? Slow your Pampolis, Leute. Hallo, Pokéfrosch. Bin ich gerade so lost? Anscheinend. Schließlich habe ich es richtig gemacht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wenn jetzt irgendwie ein dummes Taub-Szenes-Bild reinfliegt oder so. Ich will coole Knogger-Posen. Bam, 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 bam. Kann dieser Wanderer sich verpissen? Jetzt macht der Knogger ein Bild von den drei. Die schauen alle in die Kamera. Ja, okay. Soll der Witz jetzt sein, dass der fette Herrscher im Bild ist? Könnt ihr ein bisschen schwieriger machen. Das wäre so ein cooles Spiel, wenn man es mit Details machen würde. Aber nein, es ist einfach ein riesiges Knogger im Bild, was vorher nicht da war. Bisher liege ich richtig, dass mir das Spiel nicht gefällt. Ich hatte keine unbegründete Voreinnahme. Ähm. Das sieht cool aus. Und es ist größer. Aber es ist nicht so viel größer. Ich glaube, es ist viel größer. Ich dachte, es fällt größer. Ich meine, das Aranestro war riesig. So, und das soll jetzt schwer sein. Hallo, du bist Boden, Pampuli. Das war wirklich. Es kommen noch so viele Momente, wo du dich aufregen wirst. Ja. Hallo, Pateru. Bim, 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 bim. Rasierbel geht auf alle. Bringt mir noch nichts. Kannst du mich nicht umbringen? Ich will eine Unheilsbewehe machen. Kannst du nicht vor mir dran sein? Ich bin ein Vogel, Mann. Weißt du, wie schnell Arbatrosse sind? Okay, vielleicht probiere ich es nochmal danach. Geht Larkin nicht wenigstens auf alle? Nein. Du Loser! Trompag, Trompag rettet wieder alle. Komm. Trompag, Trompag. Ich dachte, Lark ist Englisch. Nee. Also ja, aber nee. Wer denkt denn, dass einfach Pampuli an einer Feuerattacke stirbt? Hallo, kann ich auch mal was machen? Ich bin Stein. Komm jetzt nicht mit Flammerad. Okay, Durchbruch. Verdammt. Okay, es hat Durchbruch. Okay, es hat eine Kampfattacke. Cool. Das ist okay. Wir haben das alles mit einberechnet. Welche coolen Pokémon gibt es hier zu fangen, an denen wir trainieren könnten. Wir müssen nicht trainieren. Mein Pampuli darf nur nicht sofort drauf gehen. Die Dampfwalze hätte alles fertig gemacht, Mann. Ich wünsche dir jetzt Aren wieder zurück. Nö, ist doch kein Problem. Hallo, Glacineyla. Lass uns mal gucken, gibt es hier irgendwas anderes außer Fletchlings? Oh mein, Tragosso entwickelt sich zu Alula Knogger, ne? Wenn wir Tragosso entwickeln. Das heißt, ich brauche Tragosso. Es sollte nur männlich sein. Ich bin fort mit dir. Männchen, hey. Geht Dampfwalze wenigstens noch auf alles? Ja, gut. Dampfwalze ist wirklich, ich glaube, ich setze einfach nicht Pampuli als erstes ein. Und dann macht meine Dampfwalze einfach Amphira und Knogger weg. Ich bleibe dem Volltreffen. Wunderschön, wunderschön ist das. So muss das. Wo ist Knogger hier? Ach, Knogger ist ja ganz woanders auf dieser Liste. Äh, Knogger ist hier. Knogger ist das letzte, Alula? Dankeschön, Glacinella. Dankeschön für zwei Monate. Warte, ist das ein Tenaga? Wo ist der Tenaga? Ach so. Lieber so, als wie die Teenager Deutsch aussprechen hat und dann irgendwann so dachte, oh mein Gott, Nicole, wie dumm. Hallo? Tenaga ist vollkommen okay. Genauso wie Hagrid, McGonogal. Wie darf man alle Deutsch aussprechen, wenn man das liest? Warum soll man das denn auch anders wissen? Du hast gerade Shiny Lapras in Gen 2 gefunden und gefangen? Wie hast du das gemacht? Wo ist Lapras überhaupt in Gen 2? Wo gibt's Lapras in Gen 2? Wasserring. Heilt, oder? Neh, mich. Er braucht schon rechte Hand. Werde ich hier nicht einsetzen. Das heißt, auch das eigene Loser-Dean wird erst zum Schwarm auf Level 20. Krass, 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 krass. Freitags im Einheitstunnel. Also nicht Gen 2, sondern Gen 4. Du spielst Gen 4. Oder? Weil, ach so, ne, Freitags. Es gab schon. Es gab schon, äh, stimmt, es gab schon Wochentage in Gen 2. Krass, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, es gab Wochentage, stimmt, wegen Käfer-Turnier auch und so. Oh, Loser-Dean ist schon Level 17. Okay. Mach mal Loser-Dean mal auf 20. Ich muss ja Mel-Tan auch machen in dieser Gen. Mel-Tan und Mel-Metal muss ich ja auch machen. Eigentlich kann ich das auch schon abkreuzen. Ne, hab ich schon. Lake! Unser-Dean. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, vielleicht kommen Loser-Dean-Volltreffer. Oh, machst du Glut, du Trottel? Warte, hier gab's Mel-Tan und Mel-Metal. Also in Gen 7, ja. Nicht in dem Spiel, aber in Gen 7 ist Mel-Tan und Mel-Metal, ja. Warum sind das denn jetzt zwei? Okay. Hallo! Mel-Tan gehört ja Best-Legi zu keiner Gen, oder? Doch, zu Gen 7. Es gehört zu keiner Region, weil die Region unbekannt ist. Aber es ist ein Gen 7 Pokémon. Pokémon. Pokémon Go. Nein, Mel-Tan ist ein Gen 7 Pokémon. Warum wollt ihr das nicht akzeptieren? Was meint ihr? Wie bekommt man Mel-Tan in Gen 7? Mit Let's Go? Let's Go ist übrigens auch Gen 7. Aber ich glaube in Let's Go gibt's nichts außer Mel-Tan, was wir brauchen, oder? Achso, wo man's herbekommt, ist Pokémon Go. Joa. Ich frage mich, ob wir irgendwann eine Antwort kriegen, woher Mel-Tan kommt. Aber es gibt schon so viele Sachen, auf die wir nie eine Antwort gekriegt haben. Ich muss mich ein bisschen Losadin trainieren. Warum man Go braucht, um es zu entwickeln? Ja gut, das sind Gameplay-Fragen. Das hat halt Game Freak einfach entschieden, wenn sie Bock haben. Hallo Noah. Jetzt krasser Take, es kommt aus Carlos und Legends A bis Z wird es uns zeigen. Hier ist Molung. Molung. Komm, Weibchen. Krass ist das Luck im ganzen Spiel. Weibchen. Schade. Können die Weibchen rufen? Unbestimmt. Stopp. Okay. Wo ist Molung? Hier. Klick. In Let's Go gab es das erste Mal ein weibliches Evoli. Das stimmt, aber man kann ja trotzdem ein Gen 1 weibliches Evoli haben. Deswegen bräuchte ich das nicht. Aber es stimmt, man könnte behaupten, das weibliche Evoli muss aus Let's Go sein, weil es da das erste Mal vorkommt. Aber genau genommen kannst du halt ein Evoli haben, das noch älter ist als Gen 7. Weil so halt Geschlechter funktionieren. Ihr könnt glaube ich sogar am Fehrer rufen. Das wäre cool. Hab dich gerade auf YouTube entdeckt und jetzt bin ich plötzlich hier. Nice. Algorithmus funktioniert. Dankeschön. Welches Video hast du angeschaut? Welches Video, durch welches Video hast du mich entdeckt, falls du es? Es wäre interessant zu wissen. Und Evoli aus Gen 3. Was ist mit Evoli aus Gen 3? Was ist mit dem? Wie bekommt man das Tempomacher Wuffels und behält es dann die Fähigkeit in Home? Ja, aber die Fähigkeit heißt heutzutage Gleichmut. Hier heißt sie Tempomacher. Und das ist nicht mehr möglich, das Tempomacher Wuffels zu bekommen. Deswegen hatte ich am 1. April hier ein Event gemacht, wo ich Tempomacher Wuffels verschenkt habe. Das ist aber inzwischen unmöglich, weil man nicht mehr online tauschen kann. Also du brauchst jemanden, der ein Tempomacher Wuffels hat in Gen 7, wie ich zum Beispiel. Und dann muss diese Person dir das Tempomacher Wuffels schicken. Und du kannst daraus Eier machen und dann hat es deine OT und hat Tempomacher. Aber das geht halt jetzt nur noch über Tausch direkt, wenn man nebeneinander steht. Also du musst jemanden physisch neben dir haben, der ein Tempomacher Wuffels besitzt. Deswegen haben wir im April damals das gemacht, bevor die Server abgeschalten wurden. Da habe ich, wie viel waren es? Über 100 Wuffels habe ich verschenkt an Leute. Hallo Juliana. Ich habe zwei Jahre von YouTube auf Twitch gebraucht. Was? Echt? Hey, Twitch ist auch was sehr Eigenes. Man muss Bock und Zeit haben, so einfach drei Stunden Stream anzuschauen. Das heißt ja, man müsste Freunde haben. Ja, oder am 1. April hätte man hier sein müssen. Und ich habe die Eier Leo gegeben. Ja, Angel war der Grund. Angel. Und ich werde das immer wieder wiederholen. Angel war die, die gesagt hat, Leo, wie willst du das eigentlich mit Tempomacher Wuffels machen? Auch nicht so, wie, warum, was ist da das Problem? Naja, die Online-Tauschmöglichkeit wird abgeschalten. Und dann so, oh shit, du hast recht. Und dann hat Angel mir ein Tempomacher Wuffels gegeben. Wir haben daraus Eier gemacht und die Eier habe ich verschenkt. Ohne Angel wäre vielleicht jemand anderes noch auf die Idee gekommen, und man hätte es mir gesagt, aber Angel, Angel war es. Man entwickelt sich Arboritas. 32, 35, 36. So, Luzardin ist wieder tot. Meine Güte. Ich habe das Origin Dex Gen 6 Video gesehen, dann das Video gesehen, wo du die Regeln erklärst und fand das Projekt cool und deine Stimme mega angenehm. Und deswegen bin ich hier. Das ist interessant. Das heißt, du hast das Gen 6 Video vorgeschlagen gekriegt. Vor 1, 2, 3, 4, 5. Faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass die alten, also die neueren Videos vorgeschlagen werden. Ich dachte, die neuen Videos gucken nur Leute, die das Projekt schon kennen. Ey, dann hol nach. Gen 6 ist zwar, das ist ein gutes Video geworden, aber das Highlight sind wirklich 3 und 4. Auch schau alle an. Ich bin auf alle sehr stolz, auf alle Origin Dex Videos. Gen 1 ist sehr interessant, weil so, hä? Wie soll das alles gehen? Aber es geht. Gen 2 ist krass wegen den Raubkatzen. Gen 3 ist einfach nur genial. Gen 4 ist einfach nur genial. Gen 5 war ein Pain. Und Gen 6 hast du gesehen. Gen 2 war das Highlight. Wegen den Raubkatzen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, inzwischen kann man das Tempomacher-Gleichmut-Wuffels einfach so bekommen. Ähm, aber wenn man halt das Erste haben möchte, muss man jetzt jemanden finden, der neben einem steht und eins hat. Ich mag so Online-Sachen, ich mag so Events, weil das einfach Pokémon besonders macht. Aber es ist halt scheiße, wenn man nicht mitgemacht hat. Aber trotzdem ist es immer cool, dass es Pokémon gibt, die einfach besonders sind. Wie ich es finde. Warum ist Larka so schlecht? Ach, weil das Ding noch nicht Feuer ist. Das beste Video ist, wo ihr im Synchro-Modus mit den Legis rumläuft. Statistisch gesehen hast du vollkommen recht. Und deswegen habe ich ja jetzt nochmal so ein Video gemacht mit allen Mega-Entwicklungen. Das habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Weil ich warte auf einen Legends-Zar-Trailer, damit das Video richtig reinhaut. In Home heißt das Gleichmut, ja. Die haben das in Gen 8, glaube ich, geändert in Home. Die Fähigkeit Allgemein Tempomacher gibt es nicht mehr, die heißt jetzt Gleichmut. Wie mit allen Mega-Entwicklungen. Ich habe ein Video gemacht, wo ich alle Mega-Entwicklungen zeige. In 2K, wunderschöne Auflösung. Wunderschön geschnitten, einfach. Wie das Synchro-Modus-Video halt. Mein 3DS war schrott, als du das Tempomacher-Event gemacht hast. Das ist natürlich kacka. Echt Tempomacher ist einfach nur da, um dich zur Vorbild Rohr zu schützen. Ey, dadurch wirst du ein richtig furchtloser Wolf. 13 Minuten ist es bloß. 13 Minuten dauert es, jede Mega-Entwicklung anzuschauen. In Normal und in Shiny. Also 52 Entwicklungen. Komm, Knogger schaffst du. Usadin. Du bist echt... Ich weiß nicht, soll ich überhaupt dich trainieren? Du bist doch ein Witz. Du bist doch ein Witz. Du bist doch ein Witz. Larka macht ja doppelten Schaden ab der Hälfte der KP vom Gegner. Achso, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Larka ist einfach eine Wasserattacke, die nicht gut ist. Das heißt, ich sollte Lusadin einsetzen, wenn Knogger schon halbtot ist. Tragosse ist toll. Und Knogger ist toller. Ich will eigentlich nur Lusadin auf Level 20 haben und dann gehen wir wieder hoch. Wirst du dir das Level 9 Brutalander holen? Oh mein Gott, wir gehen immer tiefer. Jetzt sind wir schon bei Level 9. Vorhin waren wir noch bei Level 10. Aber wenn du weißt, wie man einen Level 9 Brutalander kriegt, ich bin ganz or. Aber ich dachte, Level 10 ist das geringste. Äh, ja, das will ich mir holen. Aber das machen wir ganz am Schluss, wenn alles andere fertig ist. Mein erstes Video war das Pommelglitch-Video. Einfach so aus dem Nichts. Plötzlich warst du auf meiner Startseite. Ja, das Video hat ziemlich reingehauen. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, der Titel klang interessant. Gen 3 lieben Leute. Weil es kann nicht sein, dass alle, die es geguckt haben, es nachgemacht haben. Das kann nicht sein. Aber es ist auch so interessant, ohne es nachzumachen, wie verrückt so ein Spiel funktionieren kann. Level 7. Wer kann tiefer gehen? Wir machen Brutalander Limbo. Jetzt sind wir bei Level 7 Brutalander. Ich weiß es nicht. Ich höre nur drauf, was ihr mir sagt. Ich habe selber gesagt, Level 16. Und dann kam Level 10. Jetzt sind wir bei 9. Jetzt 7. Wie schwach kriegen wir Brutalander? Level 1 wäre genial. Dann wäre es in der gleichen Liga wie Garados und Carpador. Es erscheint einfach so ein Brutalander-Ei. Es erscheint so als Konzeptzeichnung. Oh, Weibchen. Kann ja immer sein. Es wäre genial. Nope. Das ist die Wahrscheinlichkeit 12,5, oder? So wie immer. Eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Es kommt nicht die ganze Zeit. Aber ich schätze mal, es ist ein 10% Encounter. So wie es sich im Moment anfühlt. Und dann 12,5. 1 zu 8? Ja, 12,5. Wirst du dir auch alle Dünner-Abenteuer Mons inklusive alle Legis im Riesennest holen beim Origin Dex Gen 8? Ja. Ach, alle Legis im Riesennest weiß ich nicht. Alle Legis im Riesennest weiß ich nicht. Das kann ich machen. Das ist jetzt nicht so... Vielleicht. Ja. Klingt eigentlich nicht schlecht. Aber... Auf jeden Fall alle Gigas. Alle Gigas auf jeden Fall. Und da ist ein bisschen das Problem... Man kann inzwischen ja jedes Mon zu einem Giga machen. Aber es gibt halt auch Gigas, die... extra verteilt wurden. Und dann, glaube ich, spezielle Attacken haben oder sowas. Weiß gar nicht. Aber die würde ich noch eher gern haben. Und da gab es halt ein paar Events, wo welche verteilt wurden. Und die sind, glaube ich, unmöglich für mich zu bekommen. Außer es ist sowas wie... Wie heißt es? Sowas wie... Habe einen Spielstand von Schwert und Schild. Und let's go. Und dann kriegst du einen Mautzy Giga geschenkt. So, die sind immer Prio. Aber da man inzwischen einfach eine Suppe kochen kann... Kriege ich alle Gigas, auch so. Ja, es gibt Gigapilze. Aber es wäre natürlich auch cool, das Mautzy, das erste Gigamautzy zu kriegen, das einem geschenkt wurde. Das Shiny Incognito P. Wie viel hast du jetzt schon? What? Es hat sich entwickelt. Das Shiggy oder Bisasame DLC haben ist ja schon. Genau, zum Beispiel sowas. Wäre halt cooler, das ist auf jeden Fall Prio A, das zu besorgen. Ähm. Aber Gehen tun alle. Bin knapp sieben Monate an den Legis der Diener und hab elf Stück. Aber in Shiny, du redest von Shiny, oder? Aber alle zu fangen, schaffst du in ein paar Stunden. Oder? Du kannst auf Route 3 ein Kindwurm bekommen und wenn dieses ein Mitschreiter ruft, kann Brutalander auftauchen. Ich weiß. Aber du sagst Level 9. Was ist das schwächste Level, das Brutalander haben kann, Tony? Das Glomander von Dalion. Genau, das hat auch Giga. Genau. Dummester Tignis, es ist ja so dumm. Shiny ist doch Voraussetzung bei uns. Nö, wir reden nicht von Shinies, wir reden einfach nur von Pokémon-Funkrat. Warum ist das Pumpkin nicht verbrannt gerade? Oh, Pferdestärke. Ich glaube, das war gut. Der Anwender greift das Ziel mit einer heftigen Ganzkörper-Attacke an. Nehme ich. Dampfwalze, 60, 100. Lehm-Sula. Oh, Lehm-Sula ist richtig doof. Ich dachte, Lehm-Sula ist so ähnlich wie Lehm. Diese Staubwolke. Ich habe Flammenkörper. Ich kann nicht Flammenkörper haben, der Gegner hat Flammenkörper. Die Frage ist, warum ich gerade nicht gestorben bin an meiner Verbrennung. Es war die letzte Runde und ich hätte eigentlich noch mal Verbrennung erleiden müssen. Aber anscheinend ist es hier wie auch immer schon, dass wenn die letzte Runde ist und ich gewinne, kommt nicht mehr Feuer, Gift oder sowas. Das tut mir nicht mehr weh. Weil ich hätte eigentlich sterben sollen und dann wären wir beide gestorben. Aber das geht glaube ich nicht, wenn es die letzte Runde ist. Felsgrab, 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 Felsgrab. Das nehme ich doch. Nein, der Gegner hatte. Letzte Runde zählt nicht mehr. Zeige ich ja. Letzte Runde zählt nicht mehr, was Quatsch ist. Weil es gibt Pokémon-Spiele, wo die letzte Runde noch zählt. Mir ist das schon passiert, dass dann quasi unentschieden war. Und unentschieden ist immer, dass der Gegner gewinnt. Also wenn ich den Gegner kille und dann sterbe ich durch Gift oder Feuer, dann sind, und es war mein letztes Pokémon, dann ist der Gegner tot und ich bin tot. Das ist so unentschieden eigentlich. Aber unentschieden verliert man immer als Trainer. Also ich weiß aber nicht mehr in welchen Spielen das so ist. Ich glaube Kolosseum zum Beispiel. Vielleicht noch rankämpfen. Vielleicht. Aber bei NPC-Kämpfen hast du verloren. Level 9 ist das Niedrigste. Okay. Tony hat nachgeschaut. Aber wie selten ist das dann? Das heißt, es ist 1% das Kindwurm auftaucht. Dann nochmal 1% das Brutalander auftaucht. Und dann nochmal 1 zu 11, weil es zwischen 9 und Level 20 sein kann. Also 1 zu 11. Geil, eigentlich wie da oben ein Magma rumläuft. Ist das vielleicht das erste Overworld? Nein, das ist es nicht. Aber wenn ich es fangen könnte. Okay. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir gehen gleich wieder hoch. Vielleicht kriegen wir noch ein weibliches Amphyr. Akku P. Gibt es noch irgendwas ähnlich Interessantes wie dieses Brutalander in diesem Spiel? Die Herrscher sind interessant, ja. Gibt es irgendwelche OT-Pokémon? So, wenn ich irgendwas schaffe, kriege ich ein Pokémon geschenkt mit der OT vom Gegner oder so. So wie Sana oder N. Necrozma. Der Kampf ist halt krass, aber ansonsten ist es einfach nur ein Pokémon, oder? Also ich muss es ja eh fangen. Der Kampf soll ja der schwerste im ganzen Spiel sein. Auf der ganzen Welt. Aber ich glaube trotzdem, mit einer gewissen Taktik soll es sehr einfach sein. Komm, ich bin Level 19. Ich werde doch jetzt eine gute Lake machen können. Okay, okay. Ist enttäuscht nicht. Loserdin steigt auf zum Semi-Loser. Er steht jetzt auf seinen eigenen beiden Flossen und kann gleich den Schwarm rufen. Die Herrscher kann man nicht auf Home packen. Da habt ihr auch schon verschiedene Sachen jetzt gesagt. Du sagst, das geht gar nicht. Oder du frägst, klar. Anscheinend gibt es zwei, die du nicht auf Home packen kannst, weil sie geglitcht sind. Also weil sie Glitch haben. Ich weiß nicht auswendig welche zwei, aber ich glaube die zwei, die in Sonne und Mond sind und nicht mehr in Ultra-Sonn und Ultra-Mond sind. Also Amphira und Loserdin. Oder wurden alle neu gemacht? Ich weiß es nicht. Überlebst du das jetzt? Komm. Überlebe! Oh mein Gott, Loser. Schaut jetzt, sollte eigentlich eine Verbrennung kommen. Aber sie kommt nicht. Aber ich weiß, es gibt Pokémon-Spiele, wo auch in wilden Kämpfen die Verbrennung noch passiert. Wobei, ihr habt recht, vielleicht nicht in wilden Kämpfen. Weil im wilden Kampf würde es dafür sorgen... Wobei, aber es könnte genauso gut die Animation kommen, dass ich einfach sterbe. Ich weiß es nicht, aber es gibt Situationen, wo du die letzte Verbrennung noch kriegen kannst. Ich würde dir ein Zorroer und ein Gift-Pokémon empfehlen. Okay, Zorroer ist aber Gen 5. Das ist, äh... Das kann ich nicht vereinbaren. Wir gehen jetzt hoch. Wir gehen jetzt wieder hoch. Und ich schätze mal, dass ich nicht nochmal das Spiel machen muss. Was super dumm war. Sondern, da steht jetzt einfach das Knogger und ich kann es ansprechen. Ich brauche Toxin. Ah, Toxin, das klingt als... Das klingt wie ein Cheat. Toxin und Schutzschild brauche ich. Und eine Fähigkeit oder Item, das Schutzschild immer wirkt. Nee. Ich werde Necrozmo auch so schaffen. Ohne... Ohne billige... Tricks. Ich meine, das ist ein Kinderspiel. Komm schon. Die können doch nicht Necrozmo unmöglich gemacht haben. Was sehen meine schockierten Augen denn da? Ein Pokémon-Centor? Ich denke nicht, dass du es ohne schaffst. Immer diese... Negativität. Ich weiß, du willst mich nur anspornen. Ich weiß, du willst mich nur anspornen. Ich komme, Knoggi. Necrozmo ist anstrengend. Aber machbar. Okay, warte. Welches Mon tun wir nach oben? Lusardin eher am Ende. Pampoli auch am Ende, damit ich Dampfwalze auf beide machen kann, wenn Amphira da ist. Arboretos. Arboretos. Ich will eigentlich Arboretos. Ich will diese Geisterattacke machen. Aber Arboretos ist noch nicht mal Geist. Egal. Was für ein dummer Name ist eigentlich Arboretos. How is twerked? How is twerked? Ich bin schon 13 Stunden in diesem Spiel. Ich muss noch mal alles machen. Nein, okay. Ich bin schon 14 Stunden in diesem Spiel. Du kannst doch nicht eine Attacke machen und einfach SOS machen. Wie wäre es mit einem und das andere? Nicht beides, in einer Runde. Das ist so ein Bullshit. Es macht einfach Schutzschild in der ersten Runde. So ein Cheater. So ein Quatsch. Das sollte verboten sein. So, pass auf. Jetzt kommt mein Pampoli. Und diesmal stirbt Pampoli nicht in der ersten Runde. Das ist Pferdestärke nicht. Aber Pferdestärke geht nicht auf alle, oder? Ne. Oh, ich habe Angst. Ich muss Scanner machen. So ein Quatsch, ey. Wehe, du überlebst es nicht. Du bist Boden. Warum ist das so viel Schaden? Okay, das war nice. Schau, Knorga hätte so viel Schaden genommen gerade. Also jetzt wird er auf jeden Fall draufgehen, weil vorhin hat das so viel Leben und ist draufgegangen. Und da brauche ich mich jetzt auch nicht groß heilen. Der wird jetzt einfach Flammerat machen, der Betrüger, sage ich da. Aber ich bin, glaube ich, ein Level besser inzwischen. Du Betrüger mit seinem Scanner. Repetitive Knogger. Mann, ey. Pampak ist wenigstens schneller. Mein Ziel ist es jetzt irgendwie auf Halb zu bringen und dann Lake zu machen. Und dann ist es hoffentlich weg und setzt nicht nochmal. Weil es hat wahrscheinlich wieder einen Übertrank oder sowas. Hatte der irgendwas gegen meinen? Oh, jetzt macht der Scanner. Du bist so ein kleiner, langweiliger. Das war nur so viel Schaden, weil Knorga Scanner eingesetzt hat. Ist das so, dass der Schaden rüber geht? Ernsthaft? Ja, das ist ja das Strat von mir. Und nicht von ihm. Joa, cool. Ähm... Warum ist der schneller als mein Trom-Pack? Wollte ich nicht von ihm schneller als er? Ich überlege, ob ich irgendwas beleben soll. Wenn ich ein volles Pampuli habe, habe ich vielleicht eine Chance. Das ist gerne als weggeschlein. Okay. Kamerad, das überlebe ich nicht. Oh ja, ich überlebe. Krass. Dann kriege ich eh nichts mehr hin, wahrscheinlich. Oder ist die kleine, sehr kleine Bus schneller? Natürlich nicht. Kampoli überlebt jetzt ein Flammenrad. Überlebt ein Flammenrad. Okay. Oh, es ist im roten Bereich. Oh, es ist im roten Bereich. Ich dachte nicht, es sollte nicht so stark sein. Ich hätte Dampfwalze machen sollen. Dann wäre es vielleicht noch im Gelben und würde jetzt nicht... Aber es setzt jetzt Trank ein, oder? Aber ich mache einfach nochmal... Ach, es ist blockiert. Ich hätte Dampfwalze machen können, sollen. Dann hätte ich jetzt Pferdestärke machen können. Aber jetzt setzt er einen Trank ein. Und jetzt setze ich die nicht so starke Attacke ein. Er setzt keinen Trank ein. Dann habe ich jetzt gewonnen, wenn ich überlebe. Du Bastard, ich war noch grün. Ich war grün. Grün, sag ich. Ich war grün. Komm, lass den Schwarm irgendwie jetzt besser sein. Und er killt mich nicht mit einem Schlag. Und wenn er jetzt ein Heil-Item einsetzt, ist das so eine unlogische KI, die ich nicht nachvollziehen kann. Also, dann ist es zu intelligent. Die KI. Was macht Scanner? Das macht Durchbruch. Das werde ich doch wohl überleben. Okay. Tot. War doch gar nicht so schwer. Ja, ich meine, der eine Beleber musste sein. Weil das Amphira den, der ist, die Combo Knogger und Amphira killt immer. Das war doch gar nicht so schlimm. Das war doch gar nicht so schlimm. Es wäre sogar noch besser gegangen, wenn ich nicht Pferdestärke gemacht hätte. Die beiden tanzen immer noch. Ich glaube, das ist wie ein wildes Pokémon. Die können keinen Trank einsetzen. Das habe ich nur gesagt, weil das Aranestro einen Trank eingesetzt hat. Das Aranestro vorhin hat einen Trank eingesetzt. Das war rot und dann Supertrank. Kann sein, dass Aranestro eine Fähigkeit und ein Item hat, sodass es den Trank einsetzt. Das kann sein. Aber Aranestro vorhin hat Supertrank eingesetzt. Was genervt hat. Aber kann sein, dass es eine Fähigkeit von Aranestro ist. Keine Ahnung. Oder ich habe alles falsch im Kopf. Aber ich... Doch. Deswegen hatte ich ja gedacht, dass er jetzt einen Trank einsetzt. Weil Aranestro hat einen Trank eingesetzt. Wow. Wow. Schön. Diese Knoggers da hinten. Hoa. Flottball. Weg damit. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per... Ich kann jetzt schon fliegen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin am Anfang vom Spiel. Das war doch erst die dritte Herausforderung. Ich kann jetzt schon fliegen. Nicht schlecht. Halt. Ich fliege. Oh Gott. Äh. Äh. Was? Was? Äh. Wo bin ich? Achso. Gibt es nur sieben? Kann sein. Immer schön die Ausrüstung, die Fahrradausrüstung tragen beim Fliegen. Ganz cool, wenn ich so ein Fallschirm tragen würde. Ein Schwerteschild konnte man doch auch schon früh fliegen. Da gibt es gar keine Fliegen, da ist es einfach Schnellreise. Da sind VMs komplett abgeschafft. Was machen die Gangbanger hier? Was machen die Gangbanger hier? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Aber ich schätze runter, wo dieses Bisspark mich aufgehalten hat. Und dann komme ich von da auf eine neue Insel. Was für ein Team. Und schlagbar. Hm. Ist immer noch da. Was ist, wenn ich mit meinem Bisspark hingehe? Wir sind Freunde. Okay. Hey. Äh. Äh. Rotom. Ich dachte nicht, dass ich es sage. Aber wo soll ich hin? Weiter geht's. Mal sehen, was uns hinter der Barriere des Käptens erwartet. Was? Nein. Ich will die Karte aufrufen. Wo muss ich hinklicken, dass die Karte sich aufmacht? Okay. Auf den Rand. Vor allem habe ich nicht auf den... Nee. Auf den Rand ist der Bogedex. Auf... Okay. Auf irgendeine Stadt anscheinend. Hinter dem Käpt'n. Aber hinter dem Käpt'n ist nix. Hinter dem Käpt'n. Achso, da. Achso, stimmt. Da, wo die Straßensperre war. Ich bin dumm. Hallo, Montaigne. Montaigne, Montaigne. Eigentlich ist Bisspark auch geil schnell. Dankeschön für... 58 Monate. Bist du des Wahnsinns. Danke. Für die 58 Prime. Dankeschön. Happy 58. Bald sind schon fünf Jahre. Ähm... Falsch. Hallo Penny. Hm. Wie dreckig dieser Bart von Bismarck sein muss. Komm ich da nicht durch? Doch. Oh, du hast Chiavis-Prüfung bestanden. Das heißt, du kannst jetzt Glorak als Pokémobil-Pokémon benutzen. Pokémobil-Pokémon. Dann erkläre ich dir jetzt mal, wie du an einen Ort gelangst, in dem du mit dem Pokémon aus deinen PC-Boxen spielen kannst. Buh. Aufgepasst. Öffne mit dem X-Knopf das Menü, berühre das Resort und freue mich schon auf deinen Besuch. Machst du gerade Story? Ja. Ich spiele einfach durch. So, ist hier noch irgendwas Cooles? Was, was, was? Wenn bei einem Fels im Wasser Luftblasen... Äh, seltenes Pokémon. Ja, aber der redet von Barschwar oder sowas. Also Glückwunsch, dann wollen wir mal... Okay, sie lässt mich durch. Zum Schatten-Dschungel. Der Prüfungsstätte von Käpt'n Maho gelangst über Route 8. Okay, das klingt cool. Heia! Heia! Was wetten wir, dass Skull jetzt kommt? Okay, es ist nicht Skull, sondern Ultra. Was ist das? Meine Messgeräte zeigen einen plötzlichen Anstieg der Aura-Werte. Oh, guten Tag, Leo. Äh, wie ging das noch gleich? Halola. Halola. Das nennt man also einen Tunnel. Die Bauweise ist offenbar abhängig von den Pokémon, die am Bau beteiligt sind. Einfach faszinierend. Wer auf Inselwanderschaft geht und Prüfung besteht, tritt dabei mit Herrscher-Pokémon in Kontakt, die sich in eine Aura gehüllt haben. Deshalb wurde auf meinen Messgeräten ein Aura-Werte-Anstieg angezeigt, als er nähe kam. Deine Sammlung an Z-Kristallen ist weiter gewachsen. Soll das heißen, du hast vor, die Z-Attacken zu meistern? Joa, vielleicht irgendwann. In unserer Welt gab es einst ein geheimnisvolles Licht, das dem der Z-Attacken ähnelte. Bei uns trägt man zwar keine Pokémon-Kämpfe aus, aber das Licht war dennoch sehr kostbar für uns. Kommandant Zionier, wir sollten langsam weiter. Damit die brillanten Mittel der Wissenschaft, die uns zur Verfügung stehen, ihr volles Potenzial entfalten können, müssen wir zunächst einen Weg finden, um sie an die Pokémon anzupassen. Aus diesem Grund wollen wir einen Forscher zur Rate ziehen, der sich gut mit ihnen auskennt. Wo ist die Musik hier? Crazy. Was ist das da am Horizont? Jemand. Warum lässt sich die Kamera nicht gescheit drehen? Oh, hier! Hier in diesem Ding da sind doch die Sigat-Menschen. Oder die Ultra-Pforten-Forscher. Da war ich. Ihr biebt was. Was biebt hier? Und wer ist das? Du dort, warte kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Was biebt hier so? Akromas. Der sieht ein bisschen aus wie der Bösewicht aus Gen 5. Also nicht Jesus, sondern der andere. Euch bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Akromas und ich bin Wissenschaftler. Du bist böse. Du bist böse. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Ja, böse. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch ein Z-Kraftring mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach ja, übrigens. Ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Interessiert auch niemanden. Okay. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir eine TM. TM Heuler. Dankeschön. Das ist der aus Gen 5. Das ist der. Tja, habe ich voll gut in Erinnerung. Der richtige Einsatz der Attacke Nitro-Leitung kann ja nicht so... Blablabla. Warum soll mir Nitro bei Schatten helfen? Es soll ein Pokémon-Resort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin. Ich werde wohl eine Weile hierbleiben. Ich glaube, ich war schon im Resort, als wir versucht haben zu tauschen. So, Herrschafts-Digger. Eben, und hier drinnen war... War doch die Segat... Okay. Aber in irgendeinem Container, der mitten auf der Straße steht, war so ein... War die ganze Ultra-Geschichte oder Segat-Geschichte. Okay. Wir von der Aether Foundation haben es, uns zum Ziel gesetzt, Pokémon zu beschützen. Deshalb sammle ich gerade Daten zu einem Pokémon namens Viscora. Oh, sind es Quests? Bitte fange ein Viscora und zeigen mir seinen Pokédex-Eintrag. Mach ich aber nicht. Viscora's Gen 6, Loser! Also diese Geräusche waren wirklich einfach Akromas-Sound-Effekte. Dieses Beep-Beep-Beep-Beep-Beep war einfach er. Hier habe ich irgendeine Trainerin gesehen. Ich muss kämpfen. Ähm, Pokémon-Resort. Ich kann da mal hin. Oh Gott. Wahrscheinlich kann ich erst jetzt da hin. Also war ich nie da. Programmierer-Sound-Effekte. Piep-Piep-Piep-Piep. Schön, dich wiederzusehen und willkommen im Pokémon-Resort, einem Archipel-Exklusiv für Pokémon. Mein Name ist übrigens Mon. Okay. Und ich bin der Verwalter des Pokémon-Resorts. Und du bist... Pokémon, die du in den PC-Boxen abgelegt hast, können sich hier jederzeit frei vergnügen. Noch besteht das Ressort aus nur einer einzigen kleinen Insel. Aber mit deiner Hilfe könne sich das im Handumdrehen ändern. Wir schlagen also vor. Wir starten gleich durch. Würdest du bitte die Pokébohne aufheben, die du auf dem Boden liegt? Okay, gib mir die Pokébohne. Aufheb. Pokémon lieben Pokébohnen. Sie wachsen auf dem Pokébohnen-Baum in der Mitte der Insel. Die Pokébohne, die du eben aufgesammelt hast, ist eine Standard-Pokébohne. In denen gibt es noch Muster-Pokébohnen und die sehr seltenen Regenbogen-Pokébohnen. Aber bevor ich dich mit Erklärung Langeweile... Japp. Schüttel doch einfach mal kräftig den Baum. Der Lerneffekt ist größer, wenn du es selbst ausprobierst. Ich schüttel an der Palme. Noch mal zum Mitschreiben. Schüttel erst den Baum. Dann hebt die Baum... Ja. Was hab ich denn... Tu nicht so, als ob ich was falsch gemacht hätte. Bastard. Mohn. Heißt wie eine Droge, ey. Gute Arbeit. Manchmal besuchen übrigens auch wilde Pokémon die Wohlfühlinsel. Wohlfühlinsel? Naschen von den Pokébohnen. Ach übrigens, je seltener eine Pokébohne ist, desto länger hält ihre Wirkung an. Zuerst halt zu versuchen, die Bohnenkiste bis an den Rand zu führen. Hat das irgendjemand von euch gemacht? Ist das irgendwas Interessantes, was wir hier machen? Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit in meinem Hausfloß besuchen. Wo sind jetzt meine Pokémon? Oh Gott, sind es viele. Chill. Okay, man kann einfach nur drüber wischen. Wo sind jetzt meine Pokémon? Oh, da kommt so viele. Geht es denn endlich? Das mit den wilden Pokémon ist interessant. Weil es bedeutet, dass man so vielleicht Pokémon kriegt auf eine coole Art und Weise. Kann man so Shinies kriegen? Ist das wie das Currykochen in Schwert und Schild? Sag mal, komm doch unendlich, Boden. Nicht wirklich. Okay. Und jetzt? Moment, ist kein Pokémon hier. Ich dachte, alle meine Pokémon sind automatisch im Resort. Wie du siehst, steckt mein Pokémon Resort nur in der Kinderschuhe. Wäre es ein Pokémon, dann wäre es gerade erst aus einem Ei geschlüpft. Und hier würdest du ins Spiel kommen. Und bitte hilf mir doch mit deinen Pokémon dabei, diesen Ort auszubauen. Ach ja, und als Belohnung für ihre Hilfe benötigen wir natürlich auch ein paar Standard-Pokémon. Ah, jetzt sind Pokémon da. Das sind alles Pokémon, die ihr mir geschenkt habt, als ich euch die Wurfels getauscht habe. Packpack gefällt es hier. Das ist eine süße Grafik. Das sieht cool aus. Quaff, Quaff. Rettern. Oh mein Gott. Rettern. Kniet. Bringt es in die Knie. Okay. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas Cooles ist. Ich gehe wieder. King G. Dankeschön für zwei Monate. Ausgetrickst. Ja, ich finde es auch cool, dass die Pokémon wenigstens mal... Es wird gezeigt, was mit den Pokémon passiert, die in der Box sind. Die chillen da. Denen geht es gut. Brauche also kein schlechtes Gemissen haben. Hatte ich eh nicht. Vito, Dankeschön für dein Prime. Danke, Vito. Danke, danke, danke. Und hallo, Kopidu. Danke für den Raid. Danke, Kopidu. Danke, Vito. Oh, Evoli. Ich habe gestern ein Hando Evoli in Pokémon Go bekommen. Und ich weiß nicht, was ich draus machen soll. Ich glaube, ich mache ein Filinare draus. Ich kann Fossilien, Entwicklungsitems und Bären da später farmen. Okay. Okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Acromas zur Aether Foundation gehört. Mein Filinare heißt Siegfried, der Drachentöter. Eben, ich glaube, ich mache ein starkes Filinare draus. Und sonst ist es natürlich, Nachthara soll das Beste sein. Von, also Stärke und so. Aber, ich glaube, ich glaube, Filinare ist besser. Für mich. 3.400 WP hat dein Filinare. Aber bist du auf Level 50? Das ist ja immer... Ne, geht ja noch. Höher, 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 höher. Es ist keine Hilfe aufgetaucht. Ja, tut mir leid. Losadin hat mir nicht leidgetan. Gibt es hier irgendwas Cooles in diesem Fleckchen? Du kannst ja bis 50 pushen. Oh, das ist neu. Das brauche ich. Sei ein Männchen. Böses Radfritz. Jedes Alolamon sieht cool aus. Jedes. Hyperzahn. Bist du des Wahnsinns? Hallo, hallo? Nein. Das heißt, Blattwerk sollte es überleben. Männliches Radfritz, bitte. Zwei Stück. Wo sind sie? Hier. Hier. Vielleicht kriegen wir auch ein weibliches Mollung. Vielleicht haben wir das krasseste Glück ever. Tschüss. Mein Arboretos ist echt... Ich bin noch nicht sehr begeistert von dem. Die ganze Zeit nur am draufgehen. Eigentlich kann ich jetzt Losadin wieder weg tun. Malusadin kann sich nicht entwickeln. Ich muss mir jedes Mal die Animation anschauen. Vielleicht tue ich Radfritz rein. Ach, Radfritz. Was brauche ich mit Radfritz? Liegt am Trainer. Nein. Die IVs sind Schrott von diesem Arboretos bestimmt. Noa Knight Raven, du bist ein... Oha. Wir hatten vorhin Samazenta. Du bist jetzt Sassian. Krass. Okay, Trompec. Ich glaube, ich brauche immer noch eins, oder? Ich brauche sogar zwei. Lass das fangen. Du bist würdig, wenn du einen Funkensprung überlebst. Was passieren kann? Oh, Trompec. Du warst nicht würdig. Tränendrüse. Für Losadin. Das passt. Was macht Tränendrüse? Angriff und Spezialangriff senken. Nö. War Weibchen? Ah, ich habe gar nicht geguckt. Okay, nächste Chance. Männchen. Dann vielleicht nicht Funkensprung, sondern Akrobatik. Ein Käfer, der Akrobatik macht. Dieser Bus. Ist so gelenkig. Ich mag Gen 7 auch nicht. Spürst du das irgendwie, dass ich Gen 7 nicht so... Ich bin, ich bin überhaupt... Also, ich mache mich nur drüber lustig über die Story. Ich habe das Gefühl, Gen 7 hat die kindischste Story von allen. Gen 6 war ja doch ziemlich hart irgendwie, was die Backstory so anbelangte. Gen 7 ist, glaube ich, sehr kindisch. Und ich mag halt viele Gameplay-Entscheidungen nicht. Dass man alles vorgekaut kriegt. Man erklärt kriegt. Also nicht mal erklärt. Man kriegt einfach nur gesagt, hey, das ist eine sehr effektive Attacke. Du musst nicht nachdenken. Du musst nicht überlegen, welches Pokémon das sein könnte oder welchen Typ es hat. Nein. Wir sagen dir einfach, Geist ist sehr effektiv. Ach und übrigens, wenn du normal machst, hat es keine Auswirkung. Dass die Arenen fehlen, stört mich nicht, weil es ist ja schon ein Ersatz da. Ich meine, ob jetzt da ein Typ steht und mit mir kämpft oder ein Herrscher, ist es trotzdem ein schwerer Kampf. Die Spiele davor sind halt bisher ein Witz gewesen. So, das ist ein Männchen und das hat vorhin... Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Funken Sprung überlegt sich doch locker. Stopp! Du, du, Volltreffer! Rotfraus 9! Furienschlag? Wer? Trompeg, jetzt? Furienschlag? Okay. Das steht da nicht sofort, sondern erst beim zweiten Kampf? Ja, klar. Das ist hier schlimm genug. Das sollte gar nicht da stehen. Klar, du denkst dir, ja, aber dadurch wird es im Pokédex registriert und somit kann der Pokédex dir sagen, was die Schwächen sind. Ja, logisch ist es. Aber es sollte nirgendwo stehen. Es ist viel zu einfach. Meinetwegen, wenn ich das Pokémon gefangen habe. Aber nicht, nachdem ich es einmal im Kampf gesehen habe. Das ist ein Witz. Sag mal, machst du nur Volltreffer, Akub? Was nimmt dir doch deine Schwäche mit der Typenkombi? Kommt dir doch zugute. Ja, aber darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, zu bewerten, ob ein Spiel gut oder nicht ist. Das macht das Spiel so viel lächerlicher. Es ist der halbe Spaß an Kämpfen, sich zu überlegen, welcher Attacke vielleicht effektiv sein könnte, weil ich nicht weiß, was der Gegner für Typen hat. Man kann sagen über Gen 6, was man möchte, aber es ist ein purer Vibe alles. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht. Alola ist aber mit die beste Region. Nein. Ihr dürft alle eure Meinungen haben, aber ich werde immer Contra geben. Ich werde immer sagen, nein. Alola ist bis jetzt das schlechteste Pokémon-Spiel. Aber ich bin offen. Ich suche nach Coolness in dem Spiel. Ich will, dass es gut ist. Äh, keine Ahnung. Gen 6 ist geil, Ende. Jemand in deinem Team scheint knapp an XP zu sein. Was stand da wirklich XP? Nein, KP. Ist denn nur das beste Region mit Yotu zu sein? Hallo, was ist mit Hohen? Usum ist gut, weil es gab uns das weiße Venigro. Es gab uns sehr viele coole, sehr viele coole Pokémon. Sehr viele coole Shinies. Na, Lola macht das Shiny-Anten Spaß. Vielleicht. Das habe ich noch nicht gemacht. Gen 6 kannst du auch Hohen spielen. Sagt auch geile Gen. Achso, wegen Oras. Okay. Ja gut. Äh, du, du überlebst jetzt aber ein... Nein, bis überlebst du. Hallo? Ja, das ist auch bei 21 zu Radikal. Glück. Yes. Ja. Ja, ha. Nein, die Pokédex-Animation ist ganz cool. Sehr befriedigend, wie so die Lücken gefüllt werden. Das war auch in Gen 9, ist das geil mit den Büchern. Wie so die Lücken füllt, ist schon ein geiles Gefühl. Noch eins bitte. Wobei, es gibt bestimmt auch Alola-Radikal direkt zu fangen irgendwo. Egal. Also ein Zertrümmerer stellt er zuerst einen riesigen Stein vor mich und zertrümmert ihn dann. Du musst noch Gen 6 und Gen 8 spielen. Du musst noch Gen 6 und Gen 8 spielen. Do it. Nice. Schniedelmann. Mun-Mum-Mun. Mun-Mum-Mun. Ich mag es so sehr irgendwie, weil in den Games wirklich alles gefühlt einen tropischen Vibe und so hat. In Usum etwas weniger. Das macht die Spiele... ...als es rauskam. Ich spiele es heute zum ersten Mal, wirklich. Und ich mag diesen Alola-Vibe. Also ich finde ihn überhaupt nicht besonders. Ich finde ihn eher... ...fake. Also ich finde ihn eher... ...ne schlechte Karikatur von Hawaii. Ja, Skylight, ja. Schniedelradfraatz. Mist. Ich habe mir fest vorgenommen, den Region Swipe zu machen, hole mir einen zweiten 3DS ...und dann kannst du mit den neuen Decks Video und bringst eine Möglichkeit... ...die ich... ...wie ich... ...wie wir nicht gedacht habe. Cetra als Emulator. Daran hast du nicht gedacht? Ich habe das selber nicht getestet. Aber es muss ja gehen, oder? Der Emulator emuliert ja auch die Region, in der man sich befindet. Aber jemand in den Kommentaren hat drunter geschrieben... ...ähm... ...und auch hier dann in den Chat reingeschrieben. Ich weiß ja nicht mehr, wer es war. Roter Name. Aber in den Kommentaren findest du es... ...dass es super einfach war mit dem Region Swap. Es war genauso einfach, wie den DS an sich zu modden. Moment, bist du Leibchen? Ich habe nicht geguckt. Nein, gut. Ich will nur noch das Radfratz. Das finde ich geil, wie man so durch das Gebüsch, so über Hügel drüber geht... ...und dann kommt das Pokémon. Das ist geil. Vieles ist sehr cool gemacht. Vieles ist sehr einfach... ...und also besser einfach gemacht. Aber niemals wird ein Vibe von Gen 1, 2, 3... ...meinetwegen 4 und 5 übertroffen. Es geht einfach nicht. War aber richtig, dass ein gemoddeter 3DS Region-frei ist, oder? Ja, ja. Region-frei hat aber nichts zu tun mit Vivillon. Vivillon ist es egal, ob du Region-frei oder was auch immer. Vivillon ist ja ein anderes Thema. Aber ja, ein gemoddeter DS ist Region-free. Damit kannst du jedes Spiel spielen. So konnte ich ja dann mein deutsches X auf einem japanischen DS spielen. Das wäre ja sonst nicht gegangen. Ein Velorsi gibt es hier. Bitte sei ein Schniedel-Lorsi. Toll, jetzt muss ich noch mehr Pokémon hier suchen. Aber Velorsi könnte weiblich-only sein, so vom Style her. Ja, wahrscheinlich nicht. Fifty-fifty. Hint fort mit dir, unwürdiges Tier. Schon Liquid Drive besorgt? Ja, 4 Stück bestellt, aber wird ja erst im Januar ausgeliefert. Das war ein bisschen enttäuschend. Die haben gesagt, man kann sie bestellen im zweiten Quartal. Dann wurde es schon mal das dritte Quartal. Da dachte ich mir halt, okay, nice. Bestellen heißt gleich auch bekommen, aber nein. Du bestellst es und dann werden sie, je nachdem wie viele es wollen, produziert und dann verschickt. Und zwar erst im Januar, also wahrscheinlich erst im März. Dann, wenn ich gar kein Gamecube mehr spielen will, wahrscheinlich. Ein weibliches Mollung! Let's go! Wir sind vorsichtig mit Zertrümmerer. Nice! Aber ich brauche genau genommen... Ne, ich brauche nicht zwei. Ich brauche nur ein weibliches. Das sieht ja nicht anders aus. Das war das... Es war unter 10, glaube ich. Ich habe noch keine 10 Mollung gesehen, glaube ich. Lass es 10 sein. Das 10. Mollung? Das nenne ich... Wobei, so lucky ist es nicht bei 1 zu 8. Also relativ gut die Chancen getroffen, würde ich sagen. Das... Ah, Verteidigung sinkt jedes Mal. Das ist natürlich gefährlich. Was ist ein Flippy Drive? Flippy Drive ist eine sehr einfache Methode, deine Gamecube zu modden. Du kannst jetzt schon mit sehr vielen verschiedenen Methoden deine Gamecube modden. Meine vier Gamecubes hinter mir sind alle gemoddet. Auf verschiedene Arten auch. Was? Ein Schelm. Aber der Flippy Drive ist eine sehr einfache Methode, weil es einfach ein Teil ist, was du in die Gamecube reinsteckst und dann ist es fertig. Und das wurde entwickelt und wird gerade verkauft. Einfach Flippy Drive eingeben. Auf Google. Kannst es auch bestellen. Den kostet 40 Euro, glaube ich. Und ich habe gleich vier Stück bestellt, weil ich habe vier Gamecubes. Komm schon. SOS, ich sag's euch. Dumm. Dumm. Kein Fan von SOS. Egal, wenn sie jetzt einen Amphira gerufen hätte. Losadin. Losadin. Gott. Was genau macht man denn mit einer gemoddeten Gamecube? Das, was du mit allen gemoddeten Konsolen machst. Du kannst jedes Spiel spielen, was du willst. Du kannst darauf emulieren. Du kannst Spiele rippen. Du kannst Spiele backuppen. Du kannst Saves backuppen. Saves modifizieren. Alles, was du halt kannst. Was sonst auch so gemacht wird. Mit SOS kann man Shiny handen. Siehst du mich gerade Shiny handen? Glaubst du, ich will Shiny handen? Nein. Ich will dieses Tier fangen. Äh, das Felsgrab. Ne, okay. Vorsicht, Vorsicht. Das Weibchen muss überleben. Frauen und Kinder zuletzt. Ich musste runterladen, oder? Mit der Gamecube kannst du tatsächlich ins Internet. Gamecube hatte schon einen Ethernet-Anschluss. Es gibt nur sehr wenige Spiele, die den überhaupt benutzt haben. Die Spiele musst du besitzen. Also, wenn wir von Legalität reden, du musst ein Spiel besitzen. Und dann kannst du das mit einer gemoddeten Gamecube rippen. Dann kannst du mit dieser gemoddeten Gamecube den Save auch bearbeiten, backuppen. Also, du fragst allgemein, warum sollte man eine Konsole modden? Damit du alles... Stell dir Sachen vor, die du gerne können würdest. Mit einer gemoddeten kannst du es. Okay. Das weibliche Mollung. Am Vierer. Das dachte ich mir, wird schwieriger. Was meinst du mit Skalierungsoption? Was meinst du mit Skalierungsoption? Was ist das? Du meinst, dass du 84p auf HD machst? Nö, das wäre was ganz anderes. Wenn du das meinst. Nö. Flippy Drive ist echt nur dafür da, dass du Homebrew auf deine Gamecube spielen kannst. Hier soll ich jetzt weitergehen zur... Achso, ich wollte immer noch Radfratz. Ja, aber ich muss jetzt aufhören, weil ich muss kochen. Dann bleib ich einfach hier stehen. Voll unbefriedigt. Ich brauche immer noch Radfratz und zwei Velosi. Aber ich muss ja auch nicht. Ich kann auch weitergehen. Wo ist das? Am Vierer. Bam. Also ich könnte jetzt auch Am Vierer eben für mein Team nehmen. Feuer und Licht. Sexy. Vielleicht mache ich das. Poké Imp. Du bist ein Sandan. Okay. Meine Lieben. Hallo Digital on Twitch. Feuer Gift. Ist gar nicht Unlicht. Ich wusste. Ich habe gehofft, dass du noch da bist, Henriette. Ich habe so gehofft, dass du noch da bist. Henriette sucht seit Jahren das Sandan. Und jetzt kriegt es jemand anderes. Sandan. Poké Imp hat Sandan gezogen. Es war meine Ehre für euch zu streamen. Den ersten Stream von Gen 7. Morgen geht es weiter. Wieder um 16 Uhr. Ich muss jetzt kochen gehen. Hunger, Hunger, Hunger. Essen, Essen, Essen. Miam, 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 Miam. Müsli, Müsli. Miam, 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 Miam. Morgen spielen wir weiter. Ich glaube, wir sind heute weit gekommen. Und ja, scheiß Spiel macht aber trotzdem Spaß. Ich sage nicht, dass es keinen Spaß macht. Ich sage nur, dass das Spiel im Vergleich zu allen anderen Gens das Schlechteste ist. Bis jetzt. Danke fürs Dasein. Und bis morgen. Morgen. Tüttelü, Tüttelü, Tüttelü. Tschüss.